Willkommen zu einer weiteren Stream-Session von, oder zu einer ersten Stream-Session von Medieval Destiny, äh, Dynastie, wie auch immer. Ich hab schon mal ein bisschen angespielt und will das jetzt dann auch gleich mal einfach weiterspielen. Jetzt wurde's gerade schwarz, jetzt geht's. Na, nachts auch mal zu schlafen, dein Charakter stört es nicht, den ganzen Tag zu arbeiten, aber bleiben wir doch zivilisiert. Okay, haben sie recht. Ich hab tatsächlich schon meine erste Nacht schlafend am Lagerfeuer verbracht. Ich, ähm, bin mir auch ein bisschen unsicher, wie das alles so wird und wie das alles so, äh, zu machen ist für mich. Wir werden sehen. Genau, weil es wird hier auch gerade wieder Nacht. Ich hab, ähm, ja, wie soll ich sagen, ziemlich viele Sachen, ähm, also ich hab, äh, dieses Handwerk, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht, dass man nur einmal machen muss und ich habe, ähm, angestellt, dass ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, glaube ich, bekomme und ich habe angestellt, dass ich unendlich viel tragen kann. Weil mich das bei jedem Loot-Spiel aufregt, wenn ich nicht genug tragen kann. So, und außerdem hab ich jetzt hier ein bisschen Überleben gemacht. Wir erfahren bei Überleben. Das Überlebenssinn hab ich schon aktiviert. Ich bin hier jetzt schon Stufe 3. Ich könnte schon aus der 3 was machen. Stark wie eine Eiche, mehr Gesundheit, langsamer Nahrung, Wasserverfall, Trinkfest, Wasserläufer, ziehen wir uns noch ein schnellerer Bewegung im Wasser. Gut, das wäre dann vierte Stufe, das haben wir noch nicht. Der Überlebenssinn hier war mir eigentlich wichtig. Ich würde fast sagen, wir machen hier nochmal ein Level erhöhen, das wir einfach insgesamt schneller leveln. So, ähm, nächstes Problem, was ich habe, ist, also ich hab hier hinten schon ein bisschen was erforscht, dachte ich. Mal gucken, ich glaube, hier wurde empfohlen, dass man da theoretisch ein neues Quest, Questziel. Ich hab jetzt aber auch quest-technisch, äh, gerade nicht so. Äh, sie ist eine Verkäuferin. Inga! Ich habe hier eine Inga! Haha! Meine Frau weiß so. Äh, so. Ich hab hier, äh, zum Beispiel Fleisch bejagt. Ich hab ein Holzrad aus Versehen aufgehoben, äh, und hab... gleich einen Erfolg gehabt, dass ich, äh, klaue. Fand ich jetzt nicht so nett, aber gut. Ich hab mehrere, ähm, Lager gefunden. Ich hab hier Stein-Äxte. Hab auch verschiedene Stein-Messer. Hab aber, glaube ich, auch schon eine bessere Axt eigentlich. Zur Axt nochmal. Feder-Brosse-Axt zum Beispiel. Die will ich aber im Augenblick noch nicht benutzen. Ich hab jetzt tatsächlich, äh, klar nichts zum Verkaufen. Ich hab jetzt mitbekommen, man kann hier unter Technologie sich Sachen. Jagdhütte. Stein-Tisch-Bär? Ah, das muss ich mir dann dort praktisch bauen, oder was? Überlebens-Technik erweckt, diese Technologie weiter in die Notiere jagst und... Höhöhöhöh? Lerne fortgeschrittene Jagdgebäude. Kräuter-Hütte, Fischer-Hütte. Okay, aber das... Das hier drüben... Achso, und dann... Hier kann ich dann auch den langen Bogen dann schon und wahrscheinlich... Oh, okay. Hier unten gibt's dann einen besseren Bogen. Nö. Jagdhütte 2, Recurve-Brumm hieß es, sei einer der besten. Wäre jetzt mal eine Frage. Für 100 Goldstücke den Boden. Holzstamm und Leinengarn. Okay, Leinengarn. Wie krieg ich denn Leinengarn? Pfeile braucht Stock, Stein, Federn. Okay. Ist ja auch nervig. Holzlagerfeuer habe ich noch nicht. Vogelfalle, okay. Dachsfellteppich. In der Tat habe ich einen Dachs erlegt. Ich habe irgendwie so ein Vieh gesehen und dachte mir, oh, große Hasen. Bäm! Draufgeworfen mit meinem Speer und lustigerweise war es ein Dachs. Der hat mich dann auch angegriffen. Aber gut. Also auf jeden Fall will ich den hier und ich will auch den Steinsperr... ...wird Werkbank der Schmiede hergestellt. Moment, Einfänger wird an der Werkbank der Schmiede hergestellt. Das heißt, ich brauche eine Schmiede oder was? Bautechnik, Landwirtschaftstechnik, Werkstatt. Die richtige Frau zu finden ist der erste Schritt ohne Inga wäre toll. Das wäre deine Dynastie zu sichern. Deine Liebste wird schließlich bei dir einziehen und kann verschiedene Aufgaben für dich übernehmen. Eines Tages wird sie dann ein Erben schenken. Aber in der Liebe ist ja bekanntlich nicht jemals so einfach. Nichts jemals so einfach. Als erstes musst du natürlich ihr Herz gewinnen. Okay. Ansprechen. Romantik. Ach komm, Inga. Entschuldige, ich bin nicht auf der Sonne nach einem Partner, aber ich habe gehört, die Reise im Lager vor oft zu haben sind. Ich wollte aber dich haben, du bist 20 Jahre alt, ey, wir passen voll gut zusammen. Äh. Okay. Jetzt mal von der... Äh, das war nicht die richtige Kuh-Taste. Ich soll ja... Baue dein erstes Haus. Ich soll mir eigentlich so eine Jagdhütte bauen, glaube ich. Die hier beschäftigten Arbeiter liefern, ja, oder einfach nur ein Haus. Na, da kommt... Okay. Folgendes Problem, wir können ja jetzt auch die Nacht durchwandern. Also mir wurde gesagt, hier vor... Also, habe ich in einem Video gesehen, hier vorne sei ein guter Platz. Und wieso nicht? Ich überlege nur gerade, weil wir hier jetzt anscheinend irgendeine Quest haben. Es tut mir leid, ich bin wieder mal annähernd erkältet. Ich weiß, das sage ich häufiger. Aber das ist halt noch leider so. Weil ich denke fast, ich kann erst, ähm... Nein, mit F nehme ich eine Fackel in die Hand, oder? Super, dann... Ah, mit dir kann ich doch reden. Äh, nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Ja, super, kann ich mich hier... Nee, kann ich nicht. Hier am Lagerfeuer sind Leute, mit denen ich romantisch werden kann. Nur Ulrika? Nee, sicherlich nicht. Äh... Wie heißt du? Ida. Ida finde ich eigentlich ganz nett vom Namen her, aber die guckt so böse. Ulrika guckt auch böse. Ich glaube, die mögen mich alle nicht. Okay, kein Problem. Dann können wir die Fackel eigentlich wegmachen. Äh, Hunger ist vielleicht eine Sache. Warte mal, wie war nochmal? Gucken, alt. Genau. Hier sind verschiedene Sachen. Ganz viel Johanneskraut. Und das finde ich halt das Tolle, wenn man halt unendlich viel tragen kann. Ich weiß, dass das wahrscheinlich... Manche Leute jetzt sagen würden, ja, da geht doch der Starrs verloren. Geht's bestimmt auch, aber mir persönlich nicht. Dann sind Büsche... Da ist ein Holzsperr, da habe ich anscheinend schon mal mit einem Holzsperr daneben geworfen. Jetzt nur nicht aus Versehen, die ganzen Bärensträuche anzünden. Achso, das sind unreife Bären. Weil ich jetzt auch gerade gesehen habe, dass ich essenstechnisch nicht so dabei bin. Ich weiß halt nicht, ob die unreifen Bären mehr bringen würden, wenn sie reif sind. Ich gehe mal fast davon aus, also zumindest essenstechnisch wahrscheinlich. Aber ich muss halt auch gucken, dass ich langsam mal das Zeug, was ich so gesammelt habe, auch mal braten kann und so. Speisemorscheln wäre vielleicht auch nicht gut, davon nur eine Suppe zu machen. Äh, nicht schlecht. Davon nur Suppe zu machen. Aber ich verliere mich schon wieder im Sammeln, anstatt in meine Quest daneben weiterzumachen. Wo sind wir? Noch eine Brücke weiter. Ja, ich liebe es ja, wenn ich einfach alles mitnehmen könnte. Kann man nicht auch irgendwie hier so einen Wegpunkt setzen? Okay, genau. Dann habe ich das da oben mal drin. So geht natürlich die Ausdauer auch wesentlich schneller runter. Ich gehe mal davon aus, dass meine Fackel halt auch mit der Zeit kaputt geht. Wir haben 164, 167 reife Bären. Wenn uns also mal irgendein Wolf oder sowas blöd kommt, können wir die Bären auspacken. Ich liebe dieses Wortspiel. Sehr schön. Sehr schön. Gut, auf jeden Fall gut zu wissen, ich muss nicht in der Stadt sein, um mir neue Dingens kaufen zu können, sondern es reicht, wenn ich das einfach da im Inventar mache. Also was zum Beispiel ich schon ganz gut hingekriegt habe, war Enten jagen. So, 103 Meter gut trinken, technisch könnten wir jetzt mal machen. Und dann muss ich unbedingt was essen, sonst verhungere ich, glaube ich. Gut, wir haben hier Fleisch in verschiedenen Formen. Wir haben Trockenfleisch, müssten wir eigentlich noch haben. Speisemorchen können wir essen. Nahrung plus 1 ist nicht so viel. Trinkschlauch habe ich, Trockenfleisch habe ich. Das könnte ich auch mal essen. Bringt halt auch nur plus 5 Nahrung. Ist halt die Frage. Dann sind wir jetzt damit durch. Plus nochmal Vergiftung halt. Weizenbier, Stroh. Steine haben wir jetzt auch nicht mehr so viele. Na gut. Hier wollten wir rüberlaufen. Es ist total gut, dass ich damit auch meine, wie heißen sie, Dings sehe. Meine verworfenen Sperre. Ich habe nämlich im Wasser auch welche verworfen, als ich auf Entenjagd war. Und habe die nicht so richtig wiedergefunden. Aber hier ist wichtig, Ried sammeln. Dann kriege ich hier kein Ried mehr. Irgendwann bin ich übertrunken. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Nö, das Level im Überleben ist ja nö, nice. Ried ist, glaube ich, sehr wichtig für Häuser bauen und sowas. So, Retrospektive hätte ich mir vielleicht schon Material für meinen Bogen mitnehmen können. So. Gut, das wird jetzt aber hier im normalen Leben nicht angezeigt, genau. Aber ich glaube, das hier könnte die Stelle sein. Nochmal kurz gucken. Wo angesagt wurde, dass man hier theoretisch gut bauen könnte. Dann stellen wir doch hier jetzt unser, baue dein erstes Haus. Okay, dann bauen wir mal ein erstes Haus. Gebäude, Haus. Ein einfaches kleines Haus. Wir wollen das einfach kleine Haus mit, äh, Weg nach vorne auf den Weg. Äh, Errungenschaft, Einsiedler. Und wie baue ich das? Äh, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Seeadler, okay. Gebäude Limit überschritten. Ja, aber wie baue ich das jetzt? Hm. Hm. Also, wenn jemand einen Tipp hat, ich bin ganz ohr. Johanniskraut hätte ich jetzt gerade ein Zweiger. Und Wasser trinken. Schon wieder Wasser trinken. Und Schülf. Ich. Johanniskraut. Mim, mim. Okay. Halt, muss ich jetzt da nicht irgendwie mit dem Hammer dagegen hauen? Ausmachen, ablegen, bauen. Ah, da unten, genau. Mein Material geht weg. Aha. Kann man auch im Dunkeln bauen. Leuchtet so schön. So, Holzstamm fehlt mir einer. Es fehlt mir mehr als einer. Okay, man muss die einzelnen Sachen wirklich bösartig bauen. Äh, Holzstamm, äh, Steinaxt. Okay, im Hellen wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. So. So. Stücke hätte ich genug. Holzstämme nicht. Aber, um ehrlich zu sein, haben wir hier auch genug Holz um uns herum, also... Ich habe es allerdings auch schon geschafft, mich von einem rumfallenden Baum erschlagen zu lassen. Also, da muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Achso, da war ja noch so eine Sache. Okay, das ging so nicht. Jetzt. Da kriegt man irgendwie auch nochmal einen Stamm und ich kann mir vorstellen, dass das dann nachher nicht problematisch wird, dass die dann da irgendwie rumstehen. Okay, aber das mit dem Wechseln nervt mich noch ein bisschen, dass es da keine Taste gibt. Ah, das hat automatisch auf die andere Achse gewechselt. Gut, das ist ein bisschen eine Mischung aus Minecraft und aus... Au! Genau das meine ich! Ach, ärgerlich. Laden. Wie weit sind wir denn da jetzt? Genau das meine ich. Zweimal gestorben in dem Spiel und zweimal durch einen bösen Baum. Ob das vielleicht doch Ends sind, die ihre kleinen Kinder retten? Oha! Habe ich jetzt da hinten mein Ding schon gebaut oder nicht? Moment, dann möchte ich was anderes. Autosave, Autosave, Autosave. Ne, Sicherheit! Tatsächlich habe ich gar nicht... Mein... Ah, es gab gar kein Autosave da an der Stelle. Okay. Dann möchte ich's gerne... Also wir hatten hier irgendwo... Wir hatten hier meinen Speer. Wir machen ganz kurz hier. Also... So. Äh, okay. Hier irgendwo hatten wir einen Speer von mir in der Walachai gehabt. Und... Das weiß ich doch noch. Wir könnten jetzt unterwegs hier schon Bäume fällen, aber... Erbgebiet Krähen. Zweige. Ich glaube wir sind schon dran vorbei. Ja, wir werden den schon noch wieder finden. Wir sind diesmal wesentlich schneller vorangeschritten. Da drüben ist es jetzt, ne? Ja, da muss ich echt aufpassen beim Bäume fällen. Das nervt mich ja jetzt schon ein bisschen. Erstens mal ne Fackel. Und zweitens mal ne Axt. Kann ich die überhaupt beide zusammen benutzen? So, warten bis der Baum liegt. Eigentlich hatte ich eben nur einfach die falschen Tasten benutzt. Gibt es hier noch irgendwo... Stöckchen. So, ich würde gerne jetzt von... hier aus. Lass nochmal speichern. Nein. Das da. Spiel speichern. Aus Sicherheit überschreiben. Und daher. So, und jetzt... ... Bleib liegen, bleibt liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Hier liegen auf jeden Fall schön viele Steine rum. Also ich habe mir sagen lassen, ein Messer herstellen ist eine super Sache zum Geld verdienen. Dafür brauchen wir allerdings viele Steine und viele Stöcke. Das, äh, ja. Gucken wir ja jetzt hier. So, wir müssten eigentlich hier vorne, da sind die Mörderbäume, aber wir wollten auch hier das mitnehmen. Na gut, hier gibt es direkt Bären nebendran. Okay, der wird in meine Richtung gefallen. Dann lieber mal Abstand nehmen. Gut, das habe ich jetzt nicht ausgegraben. Weil hier vorne nicht irgendwo Birken. Ist das hier der Platz gewesen, wo ich war? Mal ganz kurz gucken. Würde ich sagen, ja, hier irgendwo, ne? War das hier? Ja, hier sind jetzt gar keine Birken mehr. Vorhin der Platz, wo ich war, da waren dann Birken nebendran. Hier sind Birken. War hier auf dem Platz. Und hier sind viele Steine. Und da ist noch erfordert Schaufel. Okay, das mit dem Graben hier bringt nichts. Da muss ich wohl bei Ton graben oder so. Äh, ich würde gerne mal gucken. Darf ich das erste Haus eigentlich hier vorne vielleicht sogar irgendwie hinbauen? Also, das finde ich mittlerweile fast schöner. Gebäude. Jetzt ist natürlich die Frage, theoretisch könnte ich auch eine Jagdhütte bauen. Ob eine Jagdhütte sinnvoller ist. Bau dein erstes Haus. Jagdhütte. Abbrechen. Aber es wird ja ganz klar von Haus geredet. Also, würde ich sagen, Gebäude, Häuser, kleines, einfaches Haus. So. Okay, und jetzt wollten wir machen den Hammer. Machen wir den Hammer. Auf jeden Fall haben wir diesmal weniger Stein, wenn ich das richtig sehe, oder? Hi! Den Quatsch mit den Bäumen hatten sie sich sparen können. Ja und nein. Ich finde, es hat jetzt irgendwie was, vom Baum getötet zu werden. Ich meine, ich muss ja auch nicht wie ein Ochs vorstürmen und sofort die Bäume abbauen wollen, ja. Finde ich okay. Trotzdem ist es ein bisschen gemein. Gut, Essens-Zerschnieße wir jetzt bald auch wieder an dem Punkt, wo wir das Essen machen. Gucken, ob ich es noch hinkriege, mein Häuschen fertig zu kriegen. Ja, mein Magenknot. Also der von meiner Figur. Meiner auch. Held beschlossen. Ich muss dieses hier abnehmen. So. 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 Okay, jetzt haben wir noch genug Baumstämme. Gucken, was wir für das Dach brauchen. Gut, okay, Moment. Oh, da brauchen wir ganz viel viele Baumstämme gerade. Waren das gerade vier Stück? So. So komme ich durch die Tür durch. Ah, Stroh. Das ist aber auch nochmal alles einzeln. Just a little bit nervig. So. Äh, jetzt einerseits mal hier kurz rein. Und trockene Fleisch essen. Die umreifen Bären werden halt auch noch nicht das Richtige, ne? So. Dann hoffe ich mal, dass ich mir demnächst hier in meiner eigenen Brude was kochen kann. Und mir fehlen auf jeden Fall noch... Auf jeden Fall habe ich schon eine Tür. Also noch kein Dach, aber eine Tür. Ich finde, das ist schon mal ziemlich gut. Genau. Jetzt hatte ich aber vorhin nicht so viel getrunken, weil ich nicht so viel Ried mitgenommen habe. So. Ahorn. Der gerne mal in den Ahr beißt, wenn er auf dem Boden liegt. So, jetzt nicht. Speise-Morcheln. Natürlich auch eine gute Sache vielleicht zum Essen. Weil es ist ja Speise mit drin und so. Und gut. Wir brauchen hier sowieso Platz für mein wundervolles Dörfchen. Also wenn ich mich zu dumm anstelle, bitte ruhig im Chat schreiben, wenn ich irgendwie... Aber ich glaube im Raum kann man nicht sehr viel mehr machen als hier gucken, dass man seine sieben Sachen zusammensucht erst mal. Genau, Schmidi, bin ich am probieren. So. So. Ich habe es schon auch erfolgreich geschafft zu sterben. Ich habe mich von einem Baum erschlagen lassen. Hier irgendwo war noch ein Baumstumpf. Da ist noch ein Baumstumpf. Jetzt sieht es wahrscheinlich im Stream noch dunkler aus als bei mir auf dem Bildschirm. Da ist doch noch ein Baumstumpf. Äh. Ach. So. Fackel wieder an. Guck mal, mein erstes Baumhaus, äh Baumhaus. Mein erstes Haus schon fast. Äh. Bäm. Bäm. Man. So. Mein Holzhammer ist auch bald down. Ich wäre der Meinung, dass Holzhammer eigentlich eine gute Sache ist zum Geldverdienen. Aber alle sagen irgendwie das. Ich muss nicht so viel meinen Clown erwischen. Der einzige Tipp den ich dir geben kann. Okay. Ich hab aus Versehen ein Holzrad geklaut. Hab's jetzt immer noch im Inventar. So. Wow. Okay. Ja. Kapitelquests sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut waren. Sie leiten dich. Ich hab die ersten Dinge nicht gelesen. Vielleicht ist es auch ein bisschen durch. Das haben wir erreicht. Dein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängt die maximale Anzahl an Gebäuden ab. Okay. Okay. Ich kann jetzt hier auch schlafen. Ich hab ein Doppelbett und ein normales Bett. Ich hab eine Kochkessel. Verwenden. Ich möchte... Brei... Anderes. Nichts. Okay. Brei. Nichts. Äh... Käse. Nichts. Ich möchte nichts. Danke. Ich möchte auch eigentlich hier nichts. Ich möchte eigentlich gerne einfach nur Tag haben. Ähm... Okay. Ich möchte Fertigkeiten. Ich möchte hier. Ich möchte... Überlebenskenntnis. Genau das hat man vorhin gemacht. Damit das schneller steigt. Ich möchte Technologie. Ah. Materiallager. Äh... Brunnen. Materiallager. Stockzahn. Ich möchte das nicht. Holzschuppen. Bin ich hier auch eine Stufe weiter? Nein. Äh... So. Den Bogen hatte ich mir noch gar nicht gekauft. Aber den kann ich ja sowieso nicht. Weil ich keine Jagdhütte hab. So. Lass mich raten. Und bis ich eine Jagdhütte hab... Kann ich denn... Moment. Das war wieder weg. Kann ich denn... Äh... Verwaltung der Felder. Nee. So weit bin ich bei weitem noch nicht. Warum hab ich hier Ausrufezeichen? Zuneigung. Super. Äh... Werkzeuge... 69. Knüppelwissen. Kleidungsstücke. Ich... Technologie. So. Würde gerne was zum Kochen lernen. Haferbrei. Nicht genug Technologie. Werkstatt. Ich muss erstmal... Werkstatt-technisch... Hier... So. Wie waren das? Ich glaub die Holzschale brauche ich. Um da drinnen Suppen zu machen. Während Fleisch in die Teller geht. Äh... Nicht genügend Technologie. So. Ich hab Jagdhütten genug Technologie. Um den Bogen zu kaufen. Schema freischalten. Das kann ich aber nur... An der... Schmiede machen. Oder in der Jagdhütte. Ah. Okay. Ich brauch eine Jagdhütte. Im Brunnen kann ich nichts. Hier kann ich jetzt... Ein Sitzbaumstumpf... Äh... Äh... Kann von Dorfbunnen benutzt werden. Äh... Holzschuppen kann ich nicht bauen, weil ich hier... Materiallager, gekaufte Schemata... 57 Punkte, 118 Punkte hab ich hier jetzt. Zum Beispiel Landwirtschaft hab ich keine. Und hier Produktion. Ich muss einfach mehr Sachen produzieren. Und ich muss vor allen Dingen jetzt mal schlafen. Schlafen bis zum nächsten Tag? Äh... Nee, bis zum nächsten Tag. Danke. Für jedes Feld musst du nach... Einem Jahr... Hi. Auch... Ähm... Ja. So. Jetzt haben wir erstmal wieder Licht. Wann sieht's hier draußen aus? Wir haben heute noch ganz schön gemütet. Da ist noch ein Baumstumpf. Den machen wir jetzt mit Stumpf und Stiel raus. So ein Morcher. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich da schön irgendwie kochen kann. Ähm. Zweige einzeln. Nein, das war's nicht. Ich wollte hier zu den Gebäuden. Lest den Teil davor auch bitte, sonst macht das keinen Sinn. Ja, Dünger machen und Felder und so. Ja, das dauert alles noch. Ähm. Anzahl 1. Kleines Haus. Ich könnte noch eins. Ja, nee. Dann machen wir das nicht. Weil wir bauen jetzt natürlich eine... Jagdhütte. Haha. Und da kann ich mir nämlich dann Pfeil und Bogen bauen. Haha. Haha. Ich wollte jetzt gerne meinen Hammer. Ich habe die Vermutung, dass mein Hammer gleich kaputt ist. Genau. Ähm. Ja. Einen Holzhammer. Den kriegen wir sogar hin. Und mit R können wir sogar 2 bauen. was? Okay, warum auch immer das eben gar nicht funktioniert hat. Bauen wir gleich 2. Okay, mehr wollen wir erstmal nicht. Äh, mit R. Genau. Ja, da werden wir jetzt auch wieder Baumstämme brauchen. Oh, Holzstämme haben wir sogar noch ein paar. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Stöcke haben wir verdammt viele. Hauptsache drüben wird das andere Haus gehauen. Diesmal mache ich das Dach vor der Tür. Aber Holzstämme muss ich auf jeden Fall noch besorgen. Kannst du auch irgendwo umschalten, dass die Wände anders aussehen? Ja, in der Tat, das kann ich, äh, Baumodus wählen wahrscheinlich. Reparatur, nee, bauen, zerstören, bauen. Ah, okay, ich kann auf jeden Fall auch zerstören. Ja, irgendwo hatte ich da, glaube ich, auch was gesehen. Aber das war es natürlich wieder nicht. So, ähm, ich möchte, jetzt müsste es ja bei Tag eigentlich einfacher gehen mit dem Holzhacken. Sehe ich wenigstens, wo die Sachen hinfallen. Ja, ich sollte vorsichtig sein, dass ich da nicht so nah rangehe. Ach. Kommen die Kramer nachher dann aus. Stopp, bevor wir jetzt mal weitermachen, wieder auf Speichern. Gut, wir haben jetzt tatsächlich Autosaves auch vorne dran. Überschreiben. Ähm, nicht, dass ich wieder vom Baum erschlagen werde. Da schon, ne? Ähm. Okay, Durst habe ich, okay. Gehen wir jetzt gleich mal zurück. Weg da. Ich meine, so ein Baum, ja, also ich meine auch einer, der jetzt wie hier nicht so als ultra dick angezeigt wird, wenn nur ein Ding an den Kopf fällt. Finde ich schon ganz okay, dass man dann auch stirbt, ja. Achso, hier sind Steine. Wichtig. Steine habe ich gelernt, wichtig. Hier gibt es auf jeden Fall auch viele Steine. Und, da ich jetzt sowieso durstig bin und beim Riedsammeln immer aus Versehen trinke, kann ich hier auch erstmal ein bisschen Ried sammeln und dabei auch was trinken. Nichts? Ich bin Überrechstil. Tschüss. Ja. Das ist halt die Frage, weil ich wollte eigentlich gar nicht so früh mit irgendwelchen Dorfbewohnern irgendwas machen. Aber ich glaube, das Spiel ist schon sehr darauf ausgelegt, dass man relativ früh sich da drum kümmert, dass man ein Leutchen bekommt. Ja, ich glaube, das ist ein Leutchen. Bäm. Bäm. Ja, mir ein bisschen Glück reichen meine Holzstämme. Bäm. 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 Das müssten eigentlich die letzten sein. Die letzten Schläge auf dem Weg zu Fundament, Jagd, Tücke, Werkbank verwenden. Bäm. 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 Hier gibt es eine Truhe. Trockengestell. Fleisch trocknen, ja. Trockenfleisch, achso. Warum mache ich nur ein Trockenfleisch? Mehr herstellen, ja natürlich. Bestätigen. Ich kann das Fleisch zwar noch nicht kochen, aber ich kann es trocknen. Er jage ein wildes Tier, stelle eine Falle auf Hasenfalle. Ich will keine Falle aufstellen. Flechtwand, 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 Fundament, Flechtwand... Oh, was? Ne, hab ich mich irgendwie geguckt. Okay, ähm... So, Hasen soll ich jagen. Buchen sollst du suchen. Okay, kein Problem. Kriege ich das irgendwie angezeigt? Jagdgebäude... Ah, okay, jetzt kriege ich hier ein Jagdgebäude angezeigt. Fallen. Ah, Fallen kriege ich nur angezeigt, wenn ich... Kann ich mir das nicht irgendwie auch anzeigen lassen? Filter... Kind... Was? Okay, Gewinnung... Jagd... Fischerhütte... Schweine... Schweinestall... Näherei... Marktstand... Nahrungsmittel... Hasenfalle... Vogelfalle... Wilde Tiere... Ah, okay... So... Hier vorne gibt es zum Beispiel Hasen, da gibt es Dachse... Hier gibt es... Seeadler... Hä? Warum... Warum wird mir das jetzt nicht mehr angezeigt hier? Karte zentrieren... Ah, ja... Okay... Äh... Da gibt es... Wölfe oder Füchse... Da gibt es Dachse... Da hinten gibt es Enten... Okay... Ähm... Ich würde fast sagen, wir gehen hier hin... So... Einen Moment... Davon müsste ich ja noch... Holzsperr nur noch zwei... Ne... Ich müsste doch mehr haben, oder? Holzsperr... Zwei angeknackst... Und fünf... Volle... Da ist ein Dachs... Genau... Und wenn ich jetzt mal gucke... Der wird mir als gar nichts angezeigt, okay... Ja... Okay... Wir heben erst mal wieder auf... Was? Wenn ich lange gedrückt habe, dann nehme ich ihn nicht auf oder aus? Da ist noch ein Holzsperr... Hier sind auf jeden Fall viele Bär... Oh... Gut... Also ich habe die letzten Hasen... Äh... Ich bin ein bisschen verwirrt... Okay... Ich bin immer noch verwirrt... Wo ist der jetzt mein Holzsperr? Ähm... Wo ist mein Holzsperr abgeblieben? Muss ich jetzt zwischendrin ins Inventar und den zücken, oder was? Äh... Holzstamm... Ich hoffe... Scheinbar hält es an oder der ist nicht mehr hinter mir her... Wo ist denn jetzt mein Holzsperr hin? Ähm... Ich hatte doch noch... Fünf Stück... Oder nicht... Ach... Das waren Holzstämme... Okay... Ähm... Ja... Haha... Ich bin sicher... Ich werde mich sowas von rächen... Ich glaube der schleicht da draußen noch rum... Ich brauche jetzt hier... Holzsperr... Achso... Einen wäre ein bisschen wenig... Ähm... Holzsperre... Kann ich nur vier Stück machen... Ernsthaft... Okay... Ich muss unbedingt mehr Holzsperre machen... Brauche ich da einen ganzen Stamm für, oder was? So... Wo ist er? Wo ist er? Der fiese... Neues Level in Herstellung... Ja... Mag sein... Aber jetzt möchte ich... Eigentlich gerne... Achso... Ich bin auch hungrig... Ähm... Okay... Dann essen wir erst mal was... Dünger habe ich zum Beispiel schon... Ähm... Holzrad... Kirschwein... Ich habe auch bessere Kleidung eigentlich dabei... Trockenfleisch... So... Da ist er... Dich kriege ich... Dich kriege ich... Dich kriege ich... Gut... So nicht... Ach... Voll daneben gezielt... Wieder voll daneben... Da ist auch der... Okay... Ich glaube du bist der... Den ich schon angehauen habe... Deswegen möchte ich... Dich eigentlich tot machen... Habe ich den Speer... Ja... Habe ich den Speer... Ja... Anscheinend ist... Gebissen werden auch ein... Gutes Argument... Um aufzusteigen... Jo... Kommt er zu mir? Wo ist er denn jetzt? Achso... Okay... Äh... Dachshäuten... Drei Pelz... Vier Fleisch... So... Nochmal... Escapen... Spiel speichern... Äh... Auf Sicherheit nochmal hier... Überschreiben... Japp... So... Ja... Das war doch gar nicht so schlecht... Aber ich habe wieder 5 Speere... Moment... Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Holz... Okay... Auch ein Argument... Äh... Eine war ein bisschen wenig... Ja... R... Drei... Bestätigen... Da oben ist wahrscheinlich der... Äh... Seeadler... Bis beim Lörk... Indie machen kurz... Viel Spaß... Wir warten bis er liegt... So... Ja... Man hört ganz klar den Adler... Über den Kopf... Kreisen... Da hinten ist auch ein Hirsch... Aber ich glaube mit einem Speer... Brauche ich auch ein Hirsch... Jetzt gar nicht loszugehen... Und eigentlich ist ja auch die Aufgabe... Den Hasen nicht mit dem Speer zu fangen... Was ich schon hingekriegt habe... Den ich einfach gejagt habe... Ähm... Sondern dass man tatsächlich guckt... Dass man... Den... Ähm... Haltbauen... Holzsta... Da drüben... Hoppelten... Hase... Komm... Bleib stehen... Wie wer ist denn damit... Hab ihn... Man kriegt den Speer automatisch zurück... Wenn man das Tier häutet... Wo da drüben steckt... Was habe ich denn da unten eigentlich für einen Zustand? Fällt mir gerade so auf... Schmutzig... Ah... Ich bin schmutzig... Und bin ich denn jetzt hier im... Kaninchenbereich... Okay... So... Was soll ich bauen? Stelle eine Hasenfalle auf... Überlege... Achso... Ich sollte einfach nur ein Tier... Sprich mit... Äh... Wie auch immer... Gebäude... Möbel... Fallen... Ich soll eine Hasenfalle auf... Bauen... Jo... Zehn Stöcke weg... Äh... Fallenlimit überschritten... Okay... Überlebe eine Jahreszeit... Ich... Würde gerne nochmal gucken... Oh... Okay... Dahinten gibt's Wildschweine... Wildschweine sind aber glaube ich böse... Dachs wär halt ganz nett... Also... Moment... Fallen... Gülde Tiere... Wenn ich hier anfange... Da... Ich muss das so... Verschieben... Äh... Was ist das? Das ist ein Fuchs... Okay... Ich könnte ja am... Ähm... Elche sind glaube ich gar nicht so schlecht... Hier hinten... Weiß ich auch schon was da ist... Bin ich so weit da hinten runter gelaufen? Ja glaub schon... Hier drüben war ich... Genau da gab's Dachse... Ich würde gerne hier drüben... Bei den Dachsen noch ein bisschen Dachse jagen... Ich würde gerne hier drüben... Bei den Dachsen noch ein bisschen Dachse jagen... Danke... Danke... Weil man hört eigentlich im Hintergrund... Die Tiere... Das ist jetzt wieder ein Hirsch ne? Hier ist sogar ein Elch... Das ist ein Elch... Ist jetzt nicht so gut... Glaube ich... Ich denke nicht, dass ich den schaffen werde... Frage ist auch, ob der auf mich... Andingst oder nicht... Ich glaube, Kopftreffer geben mehr... Da läuft auch ein Kaninchen... Okay, das hat ja super funktioniert... Wo ist der Elchen? Da oben rennt er... Ah, so lernt man die Gegend auch kennen... Ich hab ihn... Ich hab ihn... Holzbär... Oh, okay... Mitnehmen... Ja gut, wir können ihn auch zu Tode quälen... Ne? Genau... Mal gucken... Holzbär... Dann hab ich praktisch den anderen schon verloren... Ich dachte, der bleibt vielleicht drinnen stecken... Aber Elch müsste eigentlich gut... Dings geben... Da sind wir in einer anderen Holzsperre... Gut, dass die alle wegrollen... Ja, wir haben jetzt genau zwei Holzsperre noch... Ich glaube aber, der kriegt immer noch Schaden... Endlich... Ich habe tatsächlich einen Elch getötet... Also ich finde das natürlich nicht gut... Und Tiere sollte man nicht töten... Aber ich freu mich trotzdem... 22 Fleisch... Ordentlich... Und auch ein bisschen die... Umgebung erkundet... So, ich würde gerne hier... Jetzt erstmal wieder... Bisschen... Weil mit den... Ähm... Dingens, die ich jetzt gerade hatte... Werden wir keinen Blumentopf gewinnen... Mit den Baumstämmen... Beziehungsweise mit den... Ähm... Na, ihr wisst schon... Sperren... So... Mal gucken, ob ich das jetzt so einigermaßen gut hinkriege... Der fällt mir jetzt auf den Kopf... Ich könnte speichern, bevor ich ihn fallen müsse... Aber ich renne einfach weg, wenn er fällt... Und wenn er fällt... Dann laufen wir... So... Escape... Spiel speichern... Wir haben ja jetzt ein tolles... Erfolgserlebnis gehabt mit dem Eich... Und da möchte ich natürlich jetzt hier... Nicht die Sachen wieder verlieren, die ich jetzt hatte... Ach, ich hatte ja vorhin auch ganz viele Level-Ups... Da könnte ich auch mal gucken, was es da sich so getan hat, ne? Ob man auch von einem Holzstamm überlaufen oder überfahren werden kann... Ist zwar immer nur einer... Ist zwar immer nur einer, aber... Ein Holzstamm ist halt auch müsst, ne? So... Überlebe eine Jahreszeit... Holzschuppen freigeschaltet... Super... Drei Sperre... Definitiv zu wenig... Wobei... Wir gehen mal kurz... Äh... Ins Inventar... Technologie... Brunnen... Material... Holzschuppen... Blutendorf am Stein... Fass... Truhe... Ich brauche... Was um meinen Bogen zu bauen... Oh, die Kröte... Wird doch ein bisschen dauern... Gekaufte Schemata... Mit Dachs... Fell... Teppich... Ne... Holz aus Lagerfeuer... Eine Vogelfalle wäre vielleicht interessant... Und Steinfeile wollen wir auf jeden Fall das Schema kaufen... So... Erworben... So... Nahrungsmittellager... Da haben wir noch gar nichts... Irgendwie... Werkstatt... Da haben wir auch irgendwie noch nichts... Weil... Wird das hier irgendwie... Äh... Äh... Werkbank der Werkstatt... Okay... Aber dann bräuchten wir erst eine Werkstatt für... Fertigkeiten... Gucken wir hier mal... Also wir haben hier vorne in... Kenntnisse der Gewinnung... Schatzjäger... Eins mit der Erde... Was ist das? Meister der Zerstörung... Was ist das? Du hältst Zerstörung von Gebäuden... 50% mehr Material zurück... Super... Natur... Gewalt... Langsamere Haltbarkeitsverlust von Äxten... Finde ich prinzipiell auch nicht schlecht... Wir sind hier nur auf Stufe 2... Eins mit der Erde... Langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken und Schaufeln... Schatzjäger... Schauen wir mal wunderbar dagegen... Kram von Ton vorkommen... Das finde ich ja irgendwie ziemlich cool... Aber ich glaube wir machen erstmal... Dass es insgesamt schneller levelt... Jipp... Und... Jipp... Äh... Jagdwissen... Jagdwissen... Hm... Moment... Jagdwissen... Bei Jagdaktivität... Ruhige Hand beim Zielen mit Fernkampfwaffen... Schleichen... Weniger Bräuche beim Schleifen... Ist alles ziemlich cool... Haben wir aber auch noch nicht... Merke ich gerade... Äh... Überlebensdings... Da haben wir 2 sogar schon... Sind mittlerweile schon Stufe 4... Stufe 4 könnte Athlet werden... Und ein Fels in der Brandung... Weniger Schaden erleiden... Äh... Jo... Könnte man... Überlebens... Langsamer Nahrungs- und Wasserverlust... Das mit dem Essen nervt mich ja schon ein bisschen... Ich denke aber später hat man davon so viel... Bessere Temperaturtoleranz... Ist bestimmt super... Starke Lebergiftresistenz... Äh... Ehrlich gesagt weiß ich nicht... Was ich hier nehmen soll... Stark wie eine Eiche... Gesundheit... Langsamer Nahrungs... Trinkfest... Bewegung im Wasser... Das würde mich ja interessieren... Aber anscheinend... Das ist so ausgegraut... Das kann ich nicht... Aber eigentlich bin ich doch Stufe 4... Diese Fertigkeit ist nicht freigeschaltet... Weil... Man vorher noch irgendwas von den anderen lernen muss... Wahrscheinlich... Stark wie eine Eiche würde ich fast sagen... Prozent... Nähe weniger... Das mit dem Essen nervt mich wirklich... Nein... Bin ich mir nicht sicher... Was haben wir denn hier hinten? Handwerkliches Können... Nähwissen... Wir anfangen in der Näherei... Kochwissen... Baumeister... Langsamer Halbwache bei Hämmern... Näh... Handwerker... Verputze Wände und Verbraucher... Ja... Das... Wurde mir tatsächlich empfohlen... Weil wir jetzt schon Stufe 2 sind... Komm... Her damit... Nähexperte... Schnelleres Arbeiten in der Näherei... Kochexperte... Schnelleres Handwerken in der Schmiede... Dadurch dass ich ja das Handwerken hochgestellt habe... Ist es glaube ich nicht... Mami hier hat wirkliches Können noch erhöhen... So... Hat sich da jetzt was getan... In meiner Technologie Dingens... Dadurch dass ich das jetzt hochgemacht habe... Nicht so wirklich... Wir brauchen so oder so auf jeden Fall demnächst irgendwann mal... Wo sind wir denn? Wir können ja hier nach Denica mal rüber laufen... Wobei wir da gar nicht hin müssen... Wir können ja mal gucken nach Quests... Gesamtansicht... Genau... Questtechnisch... Müssen wir eigentlich hier hin... Dann können wir auch da rüber laufen... Das passt ja... Beziehungsweise wird meine... Ne wird nicht angezeigt... Meine Falle... Die wird nur hier auf dem Dings angezeigt... Dann gehen wir erstmal Richtung Falle... Vielleicht treffen wir ja unterwegs noch einen Elch... Links von uns... Wenn ich meine Kopfhörer richtig rum auf habe... Da war eben gerade ein Elch... In der Brunft... Johannes Kraut... Eine lustige Sache... Ich kenne einen Johannes... Ähm... Ist da hinten ein Tier? Da hinten bewegt sich ein Tier... Ich weiß noch nicht welches... Das ist ein Wildschwein... Wildschweine können einen töten... Da geh mal weg... Also... Vor allen Dingen ich mit meiner riesen... Lebensleiste gerade... Wir wollen keine Wildschweine... Wir wollen Kühe... Nein... Äh... Wir wollen... Elchkühe... Hier vorne müsste irgendwo mein... Wird der mir angezeigt... Wenn ich das so suche... Ja... Hasenfalle... Ich habe einen Hasen... Das ist ja cool... Was brauchen wir zum Schabmachen... Nur E... Ja nice... Einfach so einen Hasen... Also... Wie gesagt... Sonst habe ich halt versucht... Die Hasen halt so zu... Erwischen... Okay... Äh... Anscheinend waren die... Holzsperre auch so gut wie tot... Weil... Keine neuen... Äh... Ich muss unbedingt Holzsperre machen... Wobei... Wenn wir jetzt demnächst... Wir machen mal nur 7... Wenn wir jetzt... Äh... Weil ich will in der Stadt dann gucken... Wird schon wieder dunkel... Wenn wir jetzt in der Stadt tatsächlich schaffen... Ähm... Die Sachen für einen Bogen zu kaufen... Dann... Crafte ich mir natürlich auch gerne einen Bogen... Äh... Folgende Idee hätte ich auch noch... Hier hat irgendjemand... Da hat noch das Dings weggehauen... Das war ich... Eigentlich... Genau... Jetzt bin ich nicht mehr schmutzig... Ach... Über die 1, 2, 3 Tasten geht das auch auszuwählen... Ja super... Gut zu wissen... Das ist ja eigentlich fast logisch... Aber trotzdem... Ich Idiot... Ganz viele Zweige mitnehmen... Zweige sind immer gut... Da ist der Fuhrmann... Ist das eigentlich das Dorf... Ja... Das müsste es sein... Glaube ich... Wir sind wieder im Dorf... Ich finde es blöd... Ich will nachher mal... Noch mal gucken... Ob man diese Inga... Nicht doch irgendwie romantisch... Romantisieren kann... So... Äh... Questtechnisch... Warum verschwinden... Äh... Weil ich hier immer wieder daran rumtippe... So... Äh... Ja... Eigentlich ist das das Quest... Wichtig wäre... Hier... In... In... Diesem Hause... Sag jetzt nicht, dass du schon schläfst... Ansprechen... Ich bin auch Rakimir... Genau... Unigost meinte... Du könntest mir vielleicht etwas... Essen machen... Ich hatte seit Wochen nichts anständiges... Äh... Achso... Wir sollten auch unten lesen... Nun... Das hängt davon ab... Was du unter Anständigung verstehst... Aber ich bin... Sattmacht... Danke... Gib eigentlich... Bitteschön... Dann wirst du an der Reihe... Etwas über dich zu erzählen... Woher kommst du? Äh... Onkel... Lordan... Äh... Jordan... Würde ich sagen... Nicht Lordan... Wird ja nicht kleingeschrieben... Äh... Dass die Suche schnell... Vorüber sein würde... Wenn ich ehrlich bin... Ah ja... Äh... Jetzt erinnere ich mich... Gehört zu haben... Dass er genau solche Augen hatte... Wie du... Mein Beileid... Äh... Das vielen Leuten... Äh... Also das finde ich ein bisschen... Schade... Ähm... Dass hier oben... Relativ hoch... Die Auswahlmöglichkeit ist... Und da unten... Die... Einzigen Fußstafeln... Die... Die... Einzigen Fußstafeln... Die... Deine eigenen... Kleiner... Jeder... Äh... Kleines... Eigenes Glückes Schmied... Ja... Irgendwie schon... Schmieden... Ja... Das müssen wir auch noch... Danke, dass du das... Äh... Aber... Äh... Ich... Von mir... Was ist deine Geschichte? Oh Gott... Ich will jetzt nicht ihre... Ich gehörte zu einer Truppe fahrender Spielleute... Aber... Äh... Aber mein Gesang war recht... Passabel... Hm... Okay... So ein dunkler... Kannst du mir aussehen? Das sind hinten dran... Die... Die... Die Gänse... Und... Und... Und Hühner... Und so... Die da... Gänse... Unser Reisen... Äh... Brachte uns... Total... Äh... Nach dem Tod deines Onkels... Ich erinnere mich noch daran... Als ich Onigoss das erste Mal... Sah... Da war... Viel Trauer in seinen Augen... Er war nicht nur ein Freund von ihm... War ein Teil von ihm... Schwul... Äh... Die Truppe zog ein paar Tage später weiter... Ich blieb Onigoss... Hatte... Einfach etwas an sich... Äh... Viel gehabt ein Platz... Hat er schon sicherlich bemerkt... 32... Ja doch... Ich glaub der andere war irgendwas um die 40... 50... Und dann... Dass ich alt aussehe... Niemals... Also... Es scheint als wärst du... Der Liebe wegen... Hier hängen geblieben... Das ist ziemlich erstaunlich... Sicher... So kann man es nennen... Oder... Blindheit... Oder Dummheit... Schlechtes... Oder... Okay... Sie liebt ihren Mann... Merkt man... Du kannst versuchen das... Äh... So viel du willst... Aber du hast... Hals über Kopf... In den Groß... Großvater mit den... Großvater mit den traurigen Augen... Das habe ich... Okay... Das ist trotzdem hart... Also ich mein 32... Ich muss noch mal gucken wie alt dieser Unigoste ist... Ähm... Du hast sicher noch andere Dinge zu tun... Ne... Vergnügen... Äh... Hier nimm das... Ich weiß... Das ist nicht viel... Äh... Leben aufzubauen... Alles kostet heutzutage Münzen... Oh... Danke... Gib mir Münzen... Ach... Komm schon... Versuch nicht... In den Hälfte spielen sollst... Männer... Also... Dann erlege dir etwas... Oh nein... Nimm doch einfach das Geld... Wer will denn was erledigen? Nimm das Geld, Mann! Okay... Wilde Gaben... Erste Bezahlung... Äh... Hier im Dorf gibt es eine Bäuerin... Sie heißt... Ja... Normalerweise liefert sie Roggen... Die Schenke... Aber ich habe schon eine Weile von... Äh... Heute... So sind beinahe... Möchtest du... Wenn wir plötzlich kein Bier mehr haben... Okay... Zwei... HVL... Natürlich hat er das... Hier... Hahaha... Besten Dank... Ähm... Unigoste... Abliefern an Unigoste 2... Okay... Erstmal F... Ja... Hier kann ich mich... Unigoste ist hier... Ansprechen... Tag Unigoste... Der ist 50... Ja in der Tat... Äh... Tag Unigoste... Wirklich gute Arbeit... In Argen... Erlaub mir ja... Keine mit diesen goldenen... Mitten in der Nacht geweckt... Und erst mal ein Bierchen gezicht... Ist super... Ich war damals 50 Jahre alt... Und lebte Kohl... Jelenberg... Äh... Man könnte sagen... Ich diesen Ort hassen... Äh... Zuhause... Bla... Jedenfalls... Muss ich... Für mich selbst sorgen... Und das tat ich auf die einzige eine Weise... Die ich hatte... Stehlen... Ähm... Gut... Er hat uns ja schon mehr oder weniger gesagt... Wir sollen uns nicht erwischen lassen... Das war eigentlich ein verdammt guter... Ähm... Ich behaupten würde... Ihr nicht eine gewisse Freude bereitete... Stehlen... Bleibt ein Verbrechen... Ganz egal... Warum er es tut... Okay... Ich würde sagen... Du wartest jetzt besser ab und hörst... Äh... Bevor du dich aufplusterst... Tut mir leid... Erzähl weiter... Äh... Ja... Großes Volkfest... Du kannst sicher vorstellen... Dass du jemanden gewerbe... Dort... Ja... Was sonst... Äh... Da... Ich schnappte mir ein paar Münzen... Hier und da... Etwas Schmuck... Äh... Ein Kran... Neue Stiefel... Und dann... Ein Kerl... Der einen dicken Geldbeutel... Äh... Der gewollt hat... Der für mich danach schrie... Von mir befreit zu werden... Ja... Hm... Schließlich hinter meinem Anstand... So 1000 Mal gemacht... Kinderspiel... Beutel... Ganz sanft... Vorsichtig... Handgelenk... Und schon hatte ich... Ihn in der Hand... Nun musste ich mich nur noch umdrehen... Verschwinden... Wie immer... Aber dann... Bäm... Haha... Der sieht schon aus wie ein Gauner... Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen... Also ich dachte... Der Bulle würde mir... Dann ja auch immer... Dass ich erst wusste... Wie mir geschah... Boden lag... Mein Kopf pochte... Wie wild... Aber... Weißt du... Was das nächste war... Das ich sah... Eine Faust... Die... Zum nächsten Schlag ausholt... Hahaha... Nein... Ein Lächeln... Ein riesiger... Strahlendes Lächeln... Im Gesicht eines Mannes... Mit zwei verschiedenfarbigen Augen... Das war dein Onkel... Okay... Ihr seid Freunde geworden... Weil er dich gehauen hat... Kannst du haben... Komm her... Entschuldigung... Äh... Er reichte mir seine Hand... Halte mir noch die Füße... Und klug mich zu einem Bier ein... Haha... Einfach so... Warte... Ihm war aber schon klar... Dass du gerade gesucht hattest... Ihn auszuräumen, oder? Einfach so... Das verstehe ich nicht... So war... Jörn... Einfach... Weißt du... Dein Onkel war gefährlich schlau... Bei weitem klüger... Klügstem Mann... Der mir eh begegnet ist... Und... Der kennt ja mich nicht... Äh... Er schaute die Welt... Wie niemand sonst... Konnte Ereignisse vorhersagen... Und... Er war eine Hexe... Super... Toll... Nicht nur, dass es... Der Onkel geschafft hat zu sterben... Nein... Er wurde wahrscheinlich auch... Äh... Gebunden in den See geworfen... Und weil er dann... Doch nicht schwimmen konnte... War er dann doch kein Hexer... Deshalb... Äh... Es war selten jemand... Überreichen konnte... Äh... Das weckte... Seine Neugier... Ganz genau... Scheinbar war ich... Äh... Hatte nicht wirklich eine Wahl... Oder... In dem Moment hatte ich eine... Heidenangst vor diesem Kerl... Also zogen wir los... Er nahm mich in... Die teuerste... Und am vollsten besetzten Schenke... Der ganzen Stadt mit... Bedenke... Das war während des Volkfest... Überhaupt... Erst hinein zu kommen... War fast unmöglich... Ihm schien das allerdings egal zu sein... Jo... Zuhören... Sekundenschnell hatten wir einen Tisch gleich... Zwei Mädchen bedienten... Und es war... Unwirklich... Für mich gab es nur eine Erklärung... Der Laden gehörte ihm... Haha... Okay... Absolut nicht... Er war zum ersten Mal... Äh... Es fühlte sich alles wie ein Traum an... Wenn ich ehrlich bin... Nach dem Schlag war ich ja... Okay... Wie war... Der Adlige sein... Ich war sicher... Dass er ein Adliger sein musste... Seine Manieren... Seine Kleine und ganze Art... Wie er redete... Und sich bewegte... Und dann hatte er... Den gelangweilten Zug drauf... Äh... Entschuldigung... Juckt kurz... Leerte sein Bier... Nein... Er hatte einen gewaltigen Zug drauf... Er hatte einen gelangweilten Zug... Im Gesicht dachte ich... Oder so... Ähm... Äh... Kein Moment der Schwäche... Er wollte... Er wollte... Dass ich sehe... Er wollte... Dass ich verstehe... Oh mein Gott... Ähm... Das war ein absoluter Schwindler... Dass er ein absoluter Schwindler war... Haha... Du musst verstehen... Rackimir... Dass es jemanden wie dein Onkel... Nur einmal gibt... Er führte seine Waffe wie kein anderer... Und diese Waffe... War sein Selbstverdrungen... Boah... Ich glaube wirklich... Die hatten was... Ja... Stell dir eine... Tür vor... Mit bewaffneten Wachen davor... Du willst das... Äh... Was dahinter ist... Was für Möglichkeiten hast du... Gewalt... Bestechung... Versuchen das Schloss zu knacken... Jordan dagegen... Er hätte einfach den Kopf... Hochgehalten... Wäre hineinspaziert... Und hätte... Verlangt... Dass die Tür... Ohne Umschweife... Geöffnet wird... Du hast recht... Das alles klingt... Unwirklich... Wusste... Nichts davon... Die Geschichte... Geschichten... Die meine Mutter über mein Onkel erzählt hat... Das waren ganz andere... Ich werde ehrlich zu dir sein... Es klingt alles... Als hättest du dir das nur ausgedacht... Äh... Weil sie... Fürchte ich... Einen ganz anderen Jordan kannte... Als ich... In der... Meute... Als jener... In der Meute... Warte die Meute... Oh... Äh... Mein lieber Rakimir... Es gibt so viel... Dass du noch nicht weißt... Unsere Geschichte hat gerade erst bekommen... Aber... Es wird langsam spät... Ach... Wir waren mitten in der Nacht... Ich komm schon... Äh... Komm schon... Du kannst jetzt nicht aufhören... Folter spannen... Also gut... Ich werde dir ein klein bisschen mehr erzählen... Nach dem ersten Bier... Hatten wir... Ein paar mehr... Etwas... Miet... War auch dabei... Wenn ich mich recht erinnere... Wir unterhielten uns... Über die... Vergangenheit... Unsere Träume... Überzeugungen... Wir fingen an... Ein paar betrunkene und... Wahnwitzige Pläne zu schmieren... Ich dachte... Wäre nur Spaß... Wenn ich ehrlich bin... Das nächste... An das ich mich erinnere ist... Dass ich in der... In... Seidenkissen aufgewacht bin... Stark an... Dass du dir... Äh... Ich nehme stark an... Dass die nicht dir gehörten... Oder? Machst du Witze... Äh... Wenn das so... Das erste Mal... Dass ich in einem solchen Stoff... Überhaupt auch nur... Berührt habe... Die Decke des Raums... War so hoch... Dass ein... Riese... Hineingepasst hätte... Genau... Ohne sich bücken zu müssen... Ich dachte... Ich träume... Dann kamen Bedienstete... Zur Tür herein... Ich war... Bereit zur Flucht... Aber anstatt mich anzugreifen... Präsentierten sie mir... Das Frühstück... John hatte... Das alles eingefädelt... Ich habe nie herausgefunden... Wie er das angestellt hat... Jedes Mal... Wenn ich danach fragte... Sagte er... Äh... Fragte... Hat er angefangen zu lachen... Selbst Jahre später... Ich brauche wohl... Nicht mehr zu sagen... Dass ich in... Jelenberg... An diesem Tag... Mit ihm... Zusammen verließ... Das war das erste Mal... Dass ich... Schützenmauern... Dieser Stadt hinter mir ließ... Und ich kann... Nie zurück... Äh... Kam nie zurück... An diesem Tag... Wurde die Meute geboren... Und drei Jahre später... Waren wir zu fünft... Eine Familie... Wir ernannten uns... Memento... Nein... Die waren Memento... Keine Ahnung... Ähm... Oh... Ich wünschte... Ich wäre dabei gewesen... Das klingt alles so unglaublich... Ich habe noch nie solchen Abenteuer erlebt... Und wahrscheinlich werde ich das auch nie... Nein... Du rennst durch den Wald... Und jagst... Äh... Äh... Und was nicht alles... Aber... Willst hier irgendwelche... Saufgeschichten machen... Immer sachte... Mit den jungen Pferden... Mein Junge... Nicht äh... Schwarz und Liebelei... Echt... Es ist wirklich... Spät geworden... Und du hast sicher noch einiges zu tun... Wie wäre es... Wenn wir uns morgen wieder... Unterhalten... Und dann weiter... So machen wir das... Danke Unigoss... Danke für alles... Äh... Danke für nichts... Äh... Okay... Du bist hier die Wache... Ähm... Ähm... Kann ich... Hier kann ich nichts... Kochen und schmieden... Und so... Oh... Ich könnte was stehlen... Also man soll ja nicht so viel stehlen... Mir fällt gerade ein... Ich hätte wenigstens... Rad mal im Haus lassen können... Ich hab doch einen Eimer... Oder? Ich... Ne... Ich... Ich hab keinen Eimer... Ich hab nur einen Trinkschlauch... Ne... Fast stehlen... Das auch nicht... Oh man... Nervt mich gerade schon wieder... Alles ein bisschen an... Aber wir haben hier doch noch mehr... Wir haben doch hier vorne noch einen Quest... Können wir die Frau vielleicht wecken? Ich glaube es ist noch raus... Diese Person steht im Augenblick nicht zur Verfügung... Hier oben müsste es eigentlich irgendwo... Ähm... Wir machen erstmal die Fackel auf... Ist die Frage... Ähm... Wo sehen wir denn... Ist... Das Grüne da oben... Was ist das denn? Ist das mein Leben? Oder? Da steht der Mond... Ähm... Wart mal... Wir haben doch hier irgendwo... Ein einfaches Lagerfeuer... Genau das suche ich... Wirklich es regnet... Es stürmt ja förmlich... Hat die mir nicht eigentlich was zu essen gegeben? Ich bin voll verhungert... Äh... Unfair... So... Wir müssen auf jeden Fall gucken... Ähm... Was wir brauchen... Kone Gunda... Du nicht... Ist die noch hier drin... Ja... Ansprechen... Guten Tag... Schmeckt mich... Genau... Die ist 40... Okay... Wofür... Ähm... Ich will nicht stören... Wollte nur wissen... Was mit dem Rücken ist... Äh... Alles in Ordnung... Ich will nicht mit den Sorgen belächtigen... Lästigt es mich nicht... Ich höre gerne zu... Nein... Eigentlich nicht... Nun... Vor langer Zeit... Habe ich wieder einen Fehler... Wir haben die Konsequenzen davon... Die verfolgen mich jetzt... Ja... Wenn du ein Kind hast... Was sagt Kind? Was denn für ein Fehler? Ich habe einen Idioten geheiratet... Haha... Ich verstehe... Ach komm... Bin sicher... Jetzt übertreibst du... Glaub mir... Das tue ich nicht... Und warum genau... Machst du dir jetzt... Die freigwürdige... Geistige Begabung... Deines Mannes... Gestern Abend... Sollte er Kuh... Auf dem Markt verkaufen... Ich hatte ihm ganz genau... Gesagt... Wie... Viele... Wie viel... Erfüllung... Wir haben die Münzen... Nötiger denn je... Und kannst du erraten... Was er mir mit nach Hause gekommen ist? Nichts... Eine Handvoll Samen... Von denen ihm jemand gesagt hatte... Zauberkräfte haben sollen... Zauber Samen... Kannst du dir das vorstellen? Trottel... Haha... Hey... Da gibt's ein Märchen zu... Das geht... War denn irgendwas an den Samen besonders? Es waren nicht einmal Samen... Es waren Hasen... Knötel... Kötel... Ich verliere noch den Verstand wegen diesem Mann... Ich schwöre... Ich würde ja gerne etwas sagen... Um dich aufzuhaltern... Aber verdammt... Er klingt wirklich dämlich... Kann ich irgendwie helfen? Danke... Es tut gut... Zu hören... Äh... Nichts gibt... Das du tun kannst... Was? Danke... Es... Tut gut... Das zu hören... Es gibt nichts was zu tun kannst... Süßer... Süßer jetzt auf einmal... Was soll denn das jetzt? Ey Oma... Aber ich bin... Für das Angebot dankbar... Äh... Es hatte sich schon geholfen darüber zu schimpfen... Gern geschehen... Könntest du mir jetzt... Etwas mehr über die Angelegenheit mit dem Roggen erzählen? Leider werden wir Roggen dieses Mal nicht bereitstellen können... Die Ernte ist verdorben... Man kann so gut wie nichts mehr davon verwenden... Als ich nicht... Äh... Als hätte ich nicht schon genug Probleme... Ich habe eine Lieferung Roggen aus Roklania bestellt... Hat eigentlich schon gestern hier sein sollen... Keine Ahnung was passiert ist... Äh... Vielleicht könntest du ihn besuchen... Das werde ich machen... Pass auf dich auf... Meine Reputation ist gestiegen... Weil ich mit der Frau... Geredet habe... Ja... Wenigstens werde ich nicht schmutzig... Wenn ich hier im Regen rumlaufe... Ah... Warte... 35... Ne... Ich hätte eigentlich... So... Handwerks... Zeugsel... Hopfen... Mehl... Hormonen... Nein... Ärgerlich... Hafer Ale... Der bringt Nahrung... Der bringt Wasser... Vergiftung... Minus zwei... Alkohol... Plus... Oh ich habe einen Haferbrei... Die möchte ich natürlich nicht verkaufen... Ähm... Den habe ich aber gerade keine Lust drauf... Was... Äh... Okay... Hier drüben sind noch ein paar Händler... Gudolf... The Red... Knows... Hier... Ähm... Ne... Da... Gibt es eine Händlerin... Oder einen Händler... Zeig mir deine Waren... Achso... Genau... Wir haben hier Setzlinge... Da wäre die Frage... Wahrscheinlich muss ich dazu auch... Äh... Erhältn... Erhältn... Nur von Händlern... Kann das Ganze ja über... Plantagen gepflanzt werden... Und... Ja... Plantagen brauche ich noch... Bierne... Dung... Dung und Dünger... Äh... Dung und Dünger... Ja... Flacher Strohut... Kälteschutz... Äh... Ja... Holzhake... Äh... Hacke... Ähm... Gut, kommen wir mal so... Steinhacke... Die Sicheln... Säckchen... Säckchen ist voll teuer... Flacher Strohut... Oder Strohut... Wo ist der Unterschied... Der eine wiegt mehr... Essen. Herstellungszeugsel. Ah, da haben wir nicht den Flaxfaden. Weil ich brauche ja einen Flaxfaden. Tschüss. Hier drüben, da ist ne Bier. Verkäuferin? Ich glaube, die hatte ich mir schon mal angeguckt. Tropfen, Mietflasche, Wein. Okay. Du bist... Hi. Ne, du hast... Damit kann ich wahrscheinlich dann später irgendwann mal Frauen betören. Wo finde ich denn einen Flaxfaden und wie kann ich den... Das kann ich alles hier nur klauen. Das nervt mich jetzt auch schon wieder ganz klein bisschen an. Moment. Da vorne haben wir noch mehrere Quests. Hier drüben haben wir jetzt... Das ärgert mich jetzt ja schon ein bisschen. Ah, hier draußen sind noch Leute, mit denen ich reden kann, oder? Das ist doch noch freies Feld gewesen, oder? Was ist hier drüben? Ich bin gerade verwirrt. Also egal. Auf jeden Fall. Hier drin ist noch ein Quest. Hier drin ist kein Quest. Aber hier wär ne Truhe zum Stehen. Wo ist denn jetzt das Quest hier? Der... Bist du ein Quest? Holzstämme stehen... Geht auch nicht. Kür... Bist du? Ah, okay. Und der verkauft auch. Ich brauche deine Hilfe. Letzte Nachgabe sein. Schreckliche Tore. Nein, es gibt gerade einen Sturm. Könntest du uns bitte helfen, die nötigen Materialien zu sein und Schäden zu verdrehen? In Ordnung. Ich werde helfen. Was brauchen wir denn? Wiederaufbau des Hauses. Ähm... Inventar-Quests. Tagebuch wahrscheinlich. Genau. Unigost-Geschichte. Wiederaufbau des Hauses. Ähm... Holzstämme habe ich genug und Stöcke habe ich genug. Dann... Ja, das sollte es sein. Äh... Reputation Plus. Okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass wir alles bloß kriegen. Wir sind auf jeden Fall schmutzig. Ist das hier? Ach, das sind die Felder, oder? Das hier vorne sind die Felder. Da ist aber auch noch ein Ausrufezeichen. Auf den Feldern. Der andere hat doch auch noch was verkauft. Da hätte ich doch auch Alvin. Hallo, mein Name ist Ragnir. Ich komme aus dem Süden und bin auf der Suche nach einem Ort, den ich... Nein, wir sind uns noch nicht begegnet. Was? Mich angeht... Ah... Meine Aufgabe... Halla... Wenn ich ehrlich bin... In der Zeit... Eintönig... Wenn du... Ah... Ah... Natürlich langweilt es mich. Würdest du denn aushalten, dieselbe Handgriff wieder und wieder... Der Regen ist saulaut. Bitte entschuldige. Äh... Ich habe mir einfach Zeit durch das angesprochen. Geil. Wie geht das, Alvin? Vielleicht kann ich helfen. Das klingt vielleicht belanglos, aber... Ich denke, ich streite zwischen meiner Mutter und... Was? Kann jeder... Jeder große Ritter... Das ist schon irgendwie niedlich. Egal, kommen wir... Nehmen wir zurück. Ah, das ist eine Beschäftigung und brauche Schuster fernhält. Mal sehen, was ich tun kann. Ähm... Ah, der hatte doch... Ne, der hatte nichts zum Verkauf. Sie auch nicht. Ähm... Ah, der Typ da vorne verkauft wahrscheinlich auch keine Flachsfäden. Sondern nur... Ähm... Tiere, würde ich sagen. Zeig mir deine Waren. Tierfutter, Dung, Eimer... Genau. Der verkauft leider nichts, was ich für meinen Bogen brauchen kann. Ich hätte jetzt Bogen herstellen können. Jetzt habe ich mir diesen blöden Bogen gekauft. Jetzt habe ich den Bogen nicht raus. Hohoho. Ähm... Moment. Tagebuch. Unibus-Geschichte. Debronios-Geschichte. Ich finde heraus, welche Rückenlieferung. Stock an Dallebohr. Wo ist denn Dallebohr? Dallebohr. 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 Ähm... Moment. Melquist. Quist-Ziel. Dallebohr. Ne, hier drüben nicht. Dallebohr. Wer ist denn Dallebohr? Dallebohr. 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 Muss man sich nur den kleinen Jungen wiederfinden. Du bist es auch nicht. Dallebohr. 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 Du bist Dallabor. Kann ich das Quest irgendwie verfolgen? Tagebuch. Das da, Quest verfolgen. So. Und wenn ich das jetzt hier praktisch diese Richtung... Bist du Dallabor? Ja. Hallo, du bist Dallabor. Du siehst stark aus. Hast du jemanden gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nö, ich bin der Typ, der dich von der Mädel her fernhält, damit du, wenn du groß bist, ihn nicht mal heiraten kannst. Cool fände ich ja jetzt, wenn ich das arme Kind umgebracht hätte, indem er jetzt praktisch auf irgendwelche Dingens geht, auf irgendwelche Quests und wird dabei getötet. Also fände ich natürlich nicht cool. Ich kriege ein Flamenbrot. Vielen Dank, die Frau des Castellans. Du kennst ihn gut. Warte auf den nächsten Sommer. Allgends Geschichte. Wahrscheinlich wird der Typ jetzt wirklich ein Ritter. Warte auf den nächsten Sommer. Okay, also damit sind wir durch mit diesem Tagebucheintrag. Hier. Warte auf den nächsten Sommer. Warte auf den nächsten Sommer. Du sprich mit... Na, da finde ich raus mit der Rückenlieferung. Was ist da? Warte auf den nächsten Tag. Ich habe den nächsten Tag. Nächsten Nebenfest. Da nix. Okay. Da lebe eine Jahreszeit. Also das hier müssen wir jetzt, äh, Quest verfolgen. Wo gehe ich da jetzt hin? Die Quest, ab da nach da drüben. Ich glaube hier auf der anderen Seite. Lustigerweise bin ich schmutzig. Wow. Und hungrig und fast tot. Verdammt. Fladenbrot, äh, Essen. Ich bin fast tot. Weil ich hier voll am Verhungern bin. Ähm. Puh, Beisemuchel. Gibt eine Vergiftung. Ernsthaft? Gibt eine Vergiftung? Trockenfleisch. Kuhfleisch. Ja gut. Ich muss eigentlich ziemlich direkt hier rüber. Finde ich total lustig, dass ich anscheinend einfach nur durchs Wasser laufen kann muss. Da hin wollte ich. Da muss ein bisschen schneller durchs Wasser laufen. Würde mich interessieren, wie ich eigentlich nochmal genau an... So... Mal gucken. Da kann ich abgehen. Hier scheint eben ein Händler drin zu sein. Handwerkszeug. Das sieht doch gut aus. So... Der hat aber auch keinen Flachsfaden oder wie sich das Zeug nennt. Wackelholzhammer, die habe ich ihm glaube ich verkauft sogar. So... Gut schon. Da hinten ist ein Händler. Klarin. Das ist wieder die Inga. Okay. Eier... Federn. Federn hat die zum Beispiel. Äh... Was? Ehefrau. Ah ok. Ja gut. Aber dann... Die wird mir als Ehefrau sozusagen angeboten. Warum kann ich sie denn da nicht... So... Wo ist denn jetzt hier das Quest? Genau genommen hinter mir links. Da irgendwo. Da, 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 da. Inga, da. Krieg ich dir bei ihm das her? Kannst du da... Wollen wir höflich sagen? Worum geht das? Ich habe wahrscheinlich ein paar Hosen für Leute hier zu nähen. Daran ausgegangen. Ich werde natürlich entlohnen. Sicher auch noch nicht. Ich habe etwas Zeit. Alte Lumpen. So. Was muss ich denn jetzt machen? Mein liebes Tagebuch. Äh... Alte Lumpen. Leder. Ich habe fünf Leder. Aber ich habe ja nur Fell. Woher soll ich denn jetzt Leder bekommen? Wie... Wie... Wie stellen die sich das vor? Ich... Ich habe doch nur Fell, glaube ich. So. Fünf Leder. Ich muss Material für neue Hosen liefern. Ja. Ähm... Kaufe ich mal Leder. Kann ich hier bei dem Leder kaufen? Das war ja ein Handwerker, ne? Hast du Leder? Hast du Leder? Hast du Leder? Leder hast du nicht? Wo bekomme ich denn Leder? Äh... Wo finde ich... Händler? Besonderes? Näher. Ah, okay. Pranitscha... Denika, Hornika. Danke. Das ist gut. Pranitscha, Denika, Hornika. Äh... Pranitscha. Dann muss ich da hin. Was ist das hier? Okay. Ähm... Ja, mein Problem bei der Sache ist jetzt in der Tat... So ein bisschen. Bin jetzt auf der falschen Seite. Wenn ich da jetzt hingehe, dann sterbe ich wahrscheinlich unterwegs. Ich frag mich, wie ich halt Leder... Moment. Also wir haben Fell, oder? Haben wir Leder? Wir haben ja ganz viel Fell von... Wir haben Leder... Pels haben wir ganz viel. Aber wie kann ich Leder ein? Na... 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 Hier nochmal ganz kurz speichern. Wobei ich mir wahrscheinlich gerade ein Eigentor schieße, dass ich mit der geringen Lebenspunkteanzeige jetzt hier noch speichere. So, wir haben acht Sperre. Soviel zum Thema, wir kriegen ja dann auch den Dings, den Bogen. Na gut, wir wären unterwegs, wenn wir mal ein paar Tiere finden haben. Jagdfuchs, sonstige Tierchen. Da vorne ist ein Kaninchen. Gut, das haben wir zumindest schon mal erwischt. Hat mich zwar meinen Sperr gekostet, aber hey. Wollen wir einfach nur den Weg entlang gelaufen. Okay, die werden eigentlich töten. Wildschwein. Okay, vor Wildschweinen habe ich ein bisschen Angst ehrlich gesagt. Die sollen wohl sehr böse sein. Loxe. Loxe sind glaube ich auch böse. Also, die geben auf jeden Fall nur Pelz oder die geben halt Pelz. Die Kaninchen. So, was ich auch achten soll, war irgendwelche Lager, die verlassen sind. Oder Karren. Oh, da vorne. Ist halt jetzt die Frage. Vorschlag. Wir speichern hier mal. Nochmal auf Sicherheit. Okay, Loxe verschwinden anscheinend. Die Frage ist, ob die ähnlich wie andere Tiere nach dem Verschwinden, also nach dem Anhauen vielleicht dann aggressiv werden. Oder wie viele Treffer sie halt aushalten, ne. Ich würde halt gerne mehr jagen. Also, ich habe Jahreswechsel gemacht nach 5 Tagen. Das kann man ja wohl im Spiel dann auch noch verändern. Ist das doch ein Vogel, oder? Da glaube ich sogar ein Adler. Ja, die Taube. Okay, den habe ich doch erwischt. Ist sogar eine Taube, okay. Müsste Federn geben. Sehr gut. Na, ist ja Hack-Level. Pranica. Äh, Pelzowin. Keine Ahnung. Antibiotika. Kind. Okay, wir können doch einfach oben auf die Dings gucken, wo ein Händler angezeigt wird. Da hinten wird uns auf jeden Fall auch ein Quest. Ah. Rosalinda. Ja. Ja. Guten Tag, Fremda. Kann ich dir etwas helfen? Ich bin Durstiger, aber mir fehlen die Hauptzutaten von meinen Lieblingsbären. Weiter. Oh, ich habe... Klar. Habe ich welche gesehen. Habe ich welche gesehen. Weißt du nicht? Welche für mich? Ja, klar. Habe ich welche gesehen. Komm, hier. Hier sind deine Bären. Vielen Dank für deine Mühen. Autosave, Reputation, drei Äpfel. Okay. Supi. Du bist ne... Nein. Hier vorne ist ne Kräuterhexer. Kräuterhexer. Norbert. Hallo Norbert. Gesundheitstrank? Ah, muss ich echten Gesundheitstrank nehmen? Ne, gut. Ne, gut. Der macht Heiltrank. Kostet 60. 60 Sekunden, 1,5 pro Sekunde. Also 90 Lebenspunkte. Ich weiß gar nicht, wieviel ich habe. Ähm. Ne, gut. Komm. Goodbye. Tschüss auch. Ähm. Ich weiß gar nicht, wieviel ich habe. Tschüss auch. Ähm. Ich weiß gar nicht, wieviel ich habe. Da, was auch immer der Händler da anbietet. Ist das hier drinne? Jorimir? Nein. Jorimir ist es nicht. Ah, der bietet Schafe an, würde ich sagen. Schafe wäre ja schon cool. Äh. Äh. Ein Lamm kaufen für 1900. Wo ist denn jetzt hier der... Die... Ich weiß gar nicht, wieviel ich habe. Nur das beste Produkt hier. Äh. Äh. Bronze... Bronze Schuhe Schere. Okay. Ja, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass du mir einen Faden verkaufen kannst. Vielleicht. Weil sie ja die Wolle hat, könnte sie da draus den Faden machen. Ähm. Wahrscheinlich funktioniert das auch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist der Kräuter Typ B. Okay. Wir sind doch in... Baranitscha. Aber ich muss nach Pranitscha. Das ist Baranitscha und ich muss nach Pranitscha, oder? Keine Ahnung. Wir gehen einfach jetzt ins nächste Dorf. Wenn das hier jetzt sich nicht... Da ist der Dingens... Okay. Dann gehen wir einfach nach Pranitscha. Ne Pranitscha. Das ist ja Pranitscha. Ne Pranitscha. Das ist ja Pranitscha. Das ist halt die Frage. Ja, natürlich auch eine Idee. Wenn wir mal welchen finden würden. Steine? Steine sind gut. Und hier so den Bachantler. Da ist schon die nächste Ortschaft. Ja, so weit ist das eigentlich alles gar nicht. Ich kann auch, glaube ich, noch keine Spitzhacke bauen. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Ja, und da ist auch dieser Wollhändler. Also der Schneider. Vielleicht bin ich dann aus dem Schneider. Du bist ein... Zeig mir deine Wahl. Brennholz, Brett, Holzstamm, Stock. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Du bist die Schneiderin. So. Und du gibst mir jetzt bitte einen Flachs... Leinengarn. Leinengarn? Flaxgarn brauche ich, glaube ich. Warum hast du... Okay, Moment. Technologie. Wir hatten hier den und hatten hier das. Da brauchen wir Leinengarn. Wir brauchen Leinengarn, nicht Flaxgarn. So. Zeig mir deine Wahl. Du hast Leinengarn. Okay, das ist gar nicht mal so ung... Und... Günstig. Und teuer. Nein, ungünstig. Das ist... 75 ist ganz schön, finde ich, teuer. Kaufen. Vor allen Dingen gehe ich mal davon aus... Oh, ich kann mir zwei kaufen. Mehr geht ja auch nicht wirklich. Ich gehe mal davon aus, dass im schlimmsten Fall so ein Bogen auch nicht ewig hält. Hauptsache erstmal ein Speer in die Hand. Ähm... Handarbeit. So, wir hatten gesagt, Messer wird immer wieder empfohlen. Stock 5 und Stein... Achso, die brauchen Holzstämme. Das stimmt, die Hammer gehen eigentlich auch. Aber gut, wie viele können wir denn davon herstellen? 14. Dann machen wir mal 10. Das ist halt die Frage, wie lange so ein Bogen hält. So... Ich möchte gerne hier von... Meine Bronze-Axe... Holzhammer... Holzhammer ist nur 15 wert, okay. Äh... Wo haben wir denn... Mein Messer... Steinmesser... Ist 20 wert. Ich würde gerne davon... Locker mal... Ach komm, wir verkaufen sie. Tut mir nicht. Versteht. So, jetzt haben wir ein bisschen Gold wieder Plus gemacht. Goodbye. Goodbye. So, ähm... Dann haben wir das jetzt praktisch schon. Dann können wir eigentlich hier schräg rüber... Und können hier auch mal gucken. Ich hätte gerne nur... Genau das hier mal gesehen. Okay, dann... Mal hier runter. Achso, gibt's hier noch irgendwas... Sonstiges? Also wir haben hier in Anführungsstrichen nur die beiden Händler. Ich könnte jetzt... Moment... Bevor wir mehr Holz... Äh... Mehr, mehr Dings dafür brauchen. Also mehrere Schnüre brauchen. Wir gucken noch mal. Wir brauchen ein Leinengarn. Also wir können zwei Bogen bauen. Jagdgebiete Lux. Lux, du hast die ganz gestohlen. Ähm... Hatte ich nicht auch irgendwas upgradeet? Jagen schon wieder. Jagdwissen. Mehr Erfahrung. Schleicher. Äh... Fährtenleser. Das will ich... Das will ich haben. Das will ich haben. Da muss ich aber vorher Jagdwissen hoch machen. Und dann machen wir... Raubtier. Fährtenleser, finde ich... Da ist die Fertigkeitspunkte ausgegeben. Okay, dann müssen wir Jagdwissen noch hoch machen. Hier bei Überleben habe ich mittlerweile zwei. Ähm... Lebenspunkte, Überlebenskünstler... Das wollte ich ja machen. Genau, das machen wir auch. Dann kann ich jetzt theoretisch hier auch 10% lange ausmachen. Bei Bewegung. Fälls in der Brandung. Weniger Schaden erleiden. Ich hätte gerne das mit dem weniger... Okay. Was für ein Jagdgebiet Wiesent. Wiesent sind große Bisons, die aber blöderweise auf mich losgehen. Die kann man wohl mit dem Bogen, also mit dem guten Bogen wohl relativ gut zur Strecke bringen. Für mich wären die jetzt, glaube ich, ziemlich tödlich. Ähm... Wieso verdurstig es regnet? Ähm... Moment. Wieso... Okay. Wieso mache ich nicht Heimatort? Okay. Okay, irgendwas... Okay. Ja, die Wiesenten hier, ähm... Wie gesagt, die werden aggressiv. Wenn ich sie... Ähm... Ein Elch würde ich nehmen. Wobei der Elch auch beim letzten Mal... Der hat so... Ja, ist okay. Kalb würde ich nehmen. Dann wird bestimmt auch die Mama böse. Kaninchen-Jagdgebiet. Nicht ein C. Ja, es ging halt bergab, wo der Dachs kam, ne? So... Und eine große freie Fläche. Das mit dem Leder ärgert mich immer noch ein bisschen. Seeadler. Ja, wenn jetzt hier einer sitzen würde. Ja, wenn jetzt hier einer sitzen würde. Zum Beispiel der da. Auf jeden Fall hier am See entlang gehen. Da gibt es wohl immer mal wieder angespülte Fässer. Barsche. Ja, gut. Angeln, äh... Eine Angel kann ich ja noch gar nicht bauen. Ist die Frage, wie angeln hier überhaupt funktioniert. Und ob man dann auch erstmal irgendwas Spezielles... ähm... 150 Meter noch bis nach Hause. Ich weiß halt auch nicht. So... Sind da vorne Fässerchen? Sind da vorne Fässerchen? Nicht wirklich. Wird auf jeden Fall dunkel. Was ist hier? Wir haben ja... Eine... Eine Wege... Wegbegrenzung. Okay. So... Mal mal trinken. Ist die Frage. Aber man kann anscheinend wirklich durch alle Gewässer durchwarten. Holzspeer... Ich hab doch aber auch die... Okay. Und das ist jetzt cool. Ich häute die praktisch unter Wasser. Äh... Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Hier ist noch ein paar Ententypen. Alter... Ich brauch ja auch die Federn für die Pfeile, ne? Okay. Okay. Fleisch... Ich mein so ne Hasenfalle ist natürlich auch ne nette Sache. Aber Dax würde mir da glaube ich schon besser gefallen. So... Fackel on. Da fackeln wir mal nicht lange. Äh... Trockenfleischen... Ach... Verdammt. Wann hab ich nur eins gemacht. Wann hab ich nur eins gemacht. Äh... Wir brauchen auf jeden Fall mehr Futter. 43... Weiß ich nicht. Man müsste eigentlich mal gucken. Wird einem im Inventar gesagt, wie viel was wert ist? Wir gucken jetzt mal, was mehr wert ist. Weil irgendwann will ich das ja auch mal verkaufen. Ah... Jetzt verstehe ich oben die Anzeige. Das ist, wie lange es noch bis zum nächsten Jahreswechsel braucht. Und meine Fackel ist kaputt. Und ich habe keine Fackel. Und das bedeutet, wir müssen uns nur... Habe ich hier jetzt gerade mehr bekommen? Ich kann mit Leder ein einfaches Säckchen machen. Ich habe ja nur 5 Leder und ich brauche ja irgendwie mehr. Oder? Ich glaube ich brauchte 5 Leder und hatte 3. Brennholz. Brennholz war glaube ich auch recht lukrativ. Auf jeden Fall eine Fackel. So. Einen Bogen machen wir hier. Wobei ehrlich gesagt... Nö, wir machen gleich noch einen zweiten Bogen. Die Idee wäre nämlich, wenn ich mitten im Kampf mal wieder bin. Und dann... Ja, dann wäre es blöd, wenn ihr dann auf einmal gar keinen Bogen mehr habt. Preis 90. Haltbarkeit 100. Okay. Preis 7. Haltbarkeit 3. Was brauchen wir? Stock. Ja gut. Federn brauchst halt recht viele. Stöcke. Ja gut. Steine. Also ich... Ach! Anstatt das einfach mal machen, dass man dann gefragt wird, wie viele man herstellen will. Wir nehmen jetzt auch mal alle. Ich finde... Ich finde halt mit dem paar Pfeilen ist die Frage. Aber wir gucken mal. gut. Gut. Xen. Fackelinventar. So. Preis. Tatsächlich. Das wird hier hinten angedeutet. Gut. Ähm. Und was wollte ich gucken, was was wert ist? Ah! Moment! Ich habe nicht 8 Pfeile gemacht. Ich habe 80 Pfeile gemacht. Die haben 100%. Und der Bogen hat... Die Bögen haben auch 100%. Okay. Irgendwas anderes wollte ich... Genau. Trockenfleisch wollte ich gucken. Fleisch kostet 1,3. Beim Trockenfleisch kostet es 8. Also das ist auf jeden Fall auch mehr wert. Äh. Okay. Aber keine Lust im Dunkeln jagen zu gehen, deswegen schlafen wir. Nein. Äh. Haben wir jetzt Nebel oder was? Haben wir jetzt Nebel oder was? Haben wir jetzt Nebel oder was? Äh. 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 Nebel hätte jetzt für mich persönlich nicht sein müssen. Achso. Inventar. Erstmal. Ähm. Hätte ich gern den Bogen. Hier. Okidoki. Wir haben einen Bogen. Ein Dax. Keine Pfeile. Ähm. Warum hat der Dax da rum? Wo sind denn jetzt meine Steinpfeile? Kann ich die auf dem Bogen? Ah, da. Okay. So. Äh. Steinpfeil schön wieder einsorgen. Gut. Äh. Da läuft er. Was ist denn jetzt der Dax? Da hinten rennt der Dax, oder? Oh! Angst vor dem Schwein. Habt das Schwein. Wo ist der? Drecksviech. Steinfeil habe ich da. Ich würde sagen, den habe ich aber auch irgendwie erwischt, oder? Gibt ihr Leder? Hier gibt Leder. Sehr schön. Was ist dieser Blöder? Dax hingelaufen. Das wäre jetzt mit Spurensuche, wäre das glaube ich nie so das Problem. Okay, also das Wild... Da ist er doch. Doch nicht. Eigentlich wollte ich auch mal zu meiner Falle. Falle, ne? Äh... Okay, Fuchs... Falle... Falle müsste eigentlich hier vorne sein. Werde ich dann von sehen. Werde ich dann von sehen. Äh... Wir machen es mal andersrum. Weil jedes Mal, wenn ich was höre und dann in die Richtung gucke, scheint das falsch zu sein. Und... Äh... Die Richtung... Mal getrennt. basteln... Auf die Situation... Ich bin jetzt wieder. Einmal chill. Schmerz. Muss mich hin? Die Richtung. Öff. So ein Hase bringt halt jetzt nicht so super viel. Ah, der Bogen sehe ich gerade da an der Seite. Das nimmt schon ein bisschen ab, aber ist okay. Fuchs. Du hast die ganz gestohlen. Oh. Okay. Um in der Tat ehrlich zu sein, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Der Fuchs ist ein Angreifer. Scheiße. Ja, da kommt meine echte Inga. Alles gut? Ja, alles gut. Ich bin gerade vom Fuchs getötet worden. Aber ich habe in dem Spiel eine Inga getroffen. Und in der Tat sagte die, hör auf mit deiner Romantik hier. Aber theoretisch kann ich hier auch eine Frau und Kinder kriegen und so. Okay. So. Also wie war das? Wir machen den Bogen hier hin. Und machen die Pfeile runter. Toll, jetzt haben wir das Wildschwein nicht mehr. Und wir haben hier vielleicht Steinpfeile. Ach so, und ich wollte ja auch hier in die, genau, da können wir mal ein paar Dinge reinlegen. Äh, die Äpfel gehen rüber. Äh, die Äpfel gehen rüber. Bestätigen. Die Bierflaschen gehen rüber. Der Breitwegericht kann mal ganz rüber gehen. Brennholz, äh, weiß ich nicht. Äh, Bronze-Axt, Dünger, alles. Auch wenn wir unendlich viel tragen können, müssen wir ja trotzdem nicht alles mitnehmen. Das würde ich alles mitnehmen. Gänseblümchen würde ich auch gerne hier rüber stellen. Hafer-Ale würde ich gerne hier rüber machen. Haferbrei, Haferbrötchen. Holzhammer nehmen wir mit. Holzrad auf jeden Fall. Schaufel, die Sperre nehmen wir alle wieder mit. Holzstämme können wir, ich weiß gar nicht, daran erkenne ich denn, was ich anhabe und was nicht. Wir könnten es eigentlich mal hier sortiert machen. Trinkschlauch. Trinkschlauch würde ich gerne mitnehmen. Pilsstibül, Rackmiers Hose. Die ist auch null wert. Vielleicht kann ich die irgendwann mal, ähm, Johanneskraut kann hier rüber. Kirschwein, Löwenzahn, Met. Es ist auch Pflaumenwein, das ist gar nicht nur so wenig wert. Speisemorcheln. Trockenfleisch nehmen wir mit. Unreife Beeren. Da haben wir nur noch drei. Wie viele Beeren habe ich in der Frau da in die Hand gedrückt? Wegewarte, Wegwarte, Weizenbier, drei Stück. Eins ist 260 wert. Okay, die sind schon recht wertvoll. So, jetzt nochmal gerade hier gucken. Hier, das ist der. Da vorne ist der Dachs. So, wir machen das jetzt so. So, jetzt erstmal mal Escape. Spiel speichern. Auf Sicherheit überschreiben. Das ist gar kein. Der ist schon tot, oder? Also erste Sache, das war gar kein Dachs, sondern ein Seeadler. Und ich habe ihn. Okay. Da hinten ist der Dachs. Escape. Gibt es eine Schnellspeichern-Taste? Müsste ich mal in den Dings gucken. Ich glaube, der hat mich auch schon wieder so böse angegriffen. Und wie viele Pfeile kriege ich zurück? Steinpfeile zwei. Ich habe aber drei verschossen. Aber leider daneben ging, glaube ich. Da. Nur nochmal zur Sicherheit. Gibt da hinten auch keiner mehr? So. Ich will jetzt Leder farmen, um... Shit. Der Dachs ist weg. Hier vorne ist ein Wildschwein, aber... Okay. Speichern. Sicherheit. Überschreiben. Yes. 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 Das hat es zum Glück nicht gesehen. Wirklich. Da hinten liegen jetzt nochmal eine Pfeile rum. Katze. Okay. Okay, super. Ein bisschen Panik. Okay. 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 So. 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 In die Richtung hoffentlich. Müssten meine Pfeile liegen. Da liegt er auf jeden Fall. Ok. Ich habe doch mehr als einen Pfeil verschossen. Warum er da gerade gerufen hat. Panik. Ja, die Bären sind ja noch nicht reif. Die werden im nächsten Dings, denke ich, reif sein. Da vorne ist ein Fuchse. Ok, Fuchse. Wir wissen, der greift jetzt gleich an. Nee, tut er nicht. Doch, tut er. Fast tot, ne? Mal wieder. Ja. Ok, das mit dem Zielen ist gerade nicht. Ich habe ihn, oder? Jo. Da ist der gerade nochmal richtig auf mich zugekommen hier. Äh, Pfeile. Ist halt die Frage, ob die wirklich liegen bleiben. Ah ok, Moment. Bevor ich wieder am verhungern bin. Trockenfleisch. Essen. 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 So. Dann ist die Hasenfalle. Super. Wollte ich jetzt eigentlich nicht direkt, aber ist auch in Ordnung. Letztes Mal schauen wir mal. Eigentlich wollte ich mal eine Pfeile wehren. 64 Pfeile haben wir noch. Gut, den haben wir zu spät gesehen. Nochmal speichern. Sicherheit überschreiben. Yes. So. Ich würde halt echt freuen, wenn das mit dem. Da ist wieder ein Fuchs. Auf Fuchs habe ich gerade keine Lust. Fuchs ist böse. Sie Adler und Dachse entdeckt. Hä? Ist das da vorne ein Adler? Ok. Speichern. Speichern. Den landen sogar ein... Ah, shit. Tonvorkommen. Auch super. Ok. Wie kann ich denn... Der Pfeil ist weg, der Steinpfeil. Wo ist denn der Dachs hin? Mal um Flachs. Wo ist der Dachs? Da hinten. 63 Pfeile. Also ich habe schon 17 Pfeile verloren, verschossen. Rennen. Dann fängt er gerade von mir weg, oder? Ne, Problem ist, dass der ja dann umtretend auch nicht losgeht. So, folgender Vorschlag. Wir laden nochmal neu. Und machen auf jeden Fall nochmal diesen Seeadler tot. Weil der gibt Fehlern. So. 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 Andere aggressive, schnelle Gegner. Aha. Also ich könnte theoretisch... Ich glaube, ich habe ihn. Da hinten ist es der Dachs. Bis dahinten ist der Dachs. Aber ich will jetzt erstmal den Seeadler. Messe erforderlich. Oh. Da ging mir ganz kurz das Muffinsausen, wo das Viech auf mich zugestimmt ist. Ich brauche einen Stein. Ich brauche einen Stein. Hier gibt es Steine. So. Jetzt machen wir bitte zwei. Da hätte ich auch auf Einzelproduktion bleiben können. Ähm. Oh. Oh. Man braucht zwei Steine. Okay. Gut. Aber trotzdem kann ich jetzt hier den Seeadler erstmal köpfen. Und ich kann den Dachs... Steine. So. Oh. Ich möchte auf jeden Fall jetzt... Äh. Ah. das muss ich ganz ausgraben, um Ton zu bekommen. Sechs Ton. Okay. Gut. Aber Ton ist Ton. Ich glaube, das ist gut, wenn ich das habe. Und man kann ja anscheinend auch zufallsmäßig Dinge finden. Man kann ja, äh, das tatsächlich skillen, dass man hier was findet. Stock. Gut. Das war es glaube ich nicht, was man so finden und säulen können hätte. Dürfen. So. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr Ton vorkommen. So. Das hat auch irgendjemand gesagt, äh, dass es schneller aufhebt, wenn man die Spitzhacke in der Hand, äh, die Schaufel in der Hand hat. Weil dann diese Greifanimation nicht, äh, vonstatten geht. Und ehrlich gesagt, ganz kurz nochmal, spielspeichern, Sicherheit überschreiben, wo wir so schön den Dachs und den Adler getötet haben. Und das haben wir. Ähm. Da sind wir zufrieden. Okay. So. Ton bis zum Abwinken. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Eckchen hier. Schöne, große, freie Fläche. So. 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 Theorie, dich hier rechts an mir habe ich was gehört. Da hinten haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Auf jeden Fall auch einige Steine. Ich kann mir auch einfach mal, äh, E gedrückt halten. Und auch einiges aufheben noch außenrum. Hier vorne ist wieder Straße. Wo befinde ich mich jetzt hier eigentlich? Hier befinde ich mich. Okay. Ähm. Nein, das war's nicht. Das war die Fall für das der Karte. Da. Okay. Da. 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 Könnte man hier schräg rüber vielleicht wandern. Wo habe ich denn noch? Hm. Nein. Nochmal das Quest. Verwaltung. Da habe ich noch keine. ein Jagdhaus Status irgendwas mit 1, Jagdhütte ist rot, ja, gut Tagebuch Dobrinhausgeschichten spricht mit Naller, nein alte Lumpen, das wollte ich haben ah, genug Leder das möchte ich jetzt erstmal verfolgen nein, da wollte ich nicht hin da wollte ich hin, genau, also wir müssen erstmal da rüber hier hilft halt nix ähm ja, wenn ich irgendwas Gutes zum Abschießen sehe alles ist schon wesentlich angenehmer als mit dem Speer trotzdem nervt es mich gerade ein bisschen, dass ich halt nicht selber irgendeine Schnur herstellen kann beziehungsweise wenn man halt wirklich zu dieser einen Stadt hin muss so, da muss ich hin ok so, ich verbrauche jetzt auch beim Ausdauerlauf weniger da oben ist sie eben nur wenn du letztes Mal sagst du doch da unten rum, oder? jetzt habe ich Leinengarn bekommen ok, hier bekommt man das also jetzt dann sozusagen, wenn man hier die Sachen bringt so, dann gehen wir nochmal hier hoch zu Inga da ist die Inga, oder? das war die Inga ob die mich jetzt vielleicht mag? Romantik Entschuldige ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner habe ich aber gehört, dass sie reisen in einem Lagerfeier mach's gut ich möchte aber ein Inga oh ähm bist du, ne? ist halt die Frage, ob ich die hier anscheinend ne, den habe ich jetzt nicht mitgenommen super ähm Ulrike und Ida naja ähm ja, ist die Frage, ob ich das schon machen will aber ich brauche erst mal oh, da ist auf jeden Fall wieder ein Vogel daneben ok ich glaube, das sind keine Vögel hier aus dem Dorf aber das sieht eher aus wie eine Krähe Krähen sind, glaube ich, keine Hausvögel Federn, Fleisch, Steinfeind, sehr gut oh man gut, aber jetzt hätten wir auch dann rausgefunden ah, und hier drüben ist jetzt ein Quest aufgegangen oder oh, sieht so aus ähm und weil ich trotzdem ach ja blöd trotzdem hier auch mal am Rand entlang gehen möchte weil hier vorne war ich glaube ich da ist auf jeden Fall Dingenskirchens ne Ente also Dingenskirchens ist ganz wichtig Drecklich Drecklich äh gefühlt verliert man im Wasser seine Pfeile oder was ok dann machen wir es so hier vorne genau hier waren mehrere Enten und hier kann man Reet sammeln dann hat man auf dass er wieder wartet ok jetzt wollte ich gedrückt halten um praktisch ähm den Bogen zu spannen und da ist das bei meinem Speer die habe ich wohl erwischt ja die kamen für gewöhnlich auch wieder wenn man hier so ein bisschen stehen bleibt die fliegen jetzt mal gar nicht ihre Kreise irgendwie da drüben landet auch da eine zum Beispiel ach so da waren sie wieder meine Probleme mit dem Messer ich habe eine Küche freigeschaltet ne Küche hört sich ja immer super an da drüben ist auch wieder neue so im Moment jetzt möchte ich erstmal wissen Küche 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 Technologie Küche 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 Kräuter Jagddingens gut Dachsfellteppich brauchen wir nicht um Steinspeer wäre halt die Frage wo ist da der Unterschied Leinengarn wir brauchen fast alles Leinengarn eine Vogelfalle Lagerfeuer Brennholz Dachsfellteppich braucht Pelz Kräuterhütte kann man noch nicht weil kann ich halt auch nicht Holzschuppen wo ist denn jetzt die Küche verdammt nochmal freigeschaltet Kräuterhütte Fischerhütte Küche 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 hier Haferbrei kann ich jetzt kaufen Ah ok Küche oder im Haus gekocht werden eine Holzschale wird dafür benötigt man braucht dafür Haferkorn und eine Holzschale Roggenbrei Kohlsuppe wurde mir empfohlen dass die relativ die ist 50 wert die ist 30 wert 30 dafür muss man halt Kohl anpflanzen Karotten Suppe 40 50 für rote Beete Fleisch mit Soße Zwiebel auf dem Holzteller na gut bringt aber 30 Nahrung zurück Pilzsuppe Steinpilz Nee Rühreier Eier Quark Braucht man Eier mit saurer Eimer mit saurer Milch Quark Ok So oder so müsste ich hier so Sachen wie Eimer lernen Sehe ich irgendwo wie viel Geld ich habe oder Pfff Dom Ok Theoretisch könnte ich das also ich bräuchte Holzschale äh um diese Essensdinge hier zu machen Haferbrei und so aber Haferkorn und so habe ich halt nicht Fleisch mit Soße Zwiebeln habe ich auch nicht ich habe irgendwie alles nicht so Scheune hätte ich ah Scheune Mehl Feldschotten hier hätte ich halt gerne ähm irgendwie hier bei der Materiallager wo kann ich denn die Flaxfäden zum Beispiel also die die Fäden machen äh ja ja auch nicht also ich hätte jetzt hier bei Landwirtschaft Produktionstechnik hätte ich jetzt gedacht dass es hier irgendwo mit dabei sein muss Schmiede hier können wir dann Holzbolzen machen und scheinbar gibt es hier dann noch eine Armbrust oder was Kupferpfeile ok Näherei ah Leinengarn wissen wir aber halt noch nicht wie wir das machen ok egal wie wir müssen mehr von allem ok das haben wir jetzt auch da ist der Holzspiel hin so oder so ich finde zum Enten jagen ist der Speer eigentlich ganz gut gut ähm wohin ich ja eigentlich wollte war ja eigentlich hier drüben am Rand des Sees meine ich gesehen zu haben wir haben das vielleicht sogar auf der Karte angezeigt wir ganz kurz gucken wenn wir das jetzt hier so weitermachen Einwohner Ehefrau Kind ja irgendwie gar nichts Herold Neue Quest bla 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 das ist Wohngebäude Gebäude bla bla Holzschippen Mine haben wir auch alles nicht Jagdhütte Fischhütte Eselstall ja Eselsmilch und so Werkstätte Marktstand Nausittellager Vogelfall da haben wir jetzt nur die Falle ok da haben wir jetzt ganz viele Tiere noch hier vorne weil hier konnte ich dann zum Beispiel auch irgendwie nicht weiter bin ich mal gespannt Steine Wichtig Steine ja wir haben es jetzt schon gemerkt Steine sind echt extrem wichtig Bären gut hatten wir jetzt schon einige gesammelt und schon wieder weggegeben ist die Frage ob die Fässer dann auch einfach verschwinden oder ob die sich hier einfach neu füllen wenn sie geplündert hat Steine hier vorne die Steine hochzählen Löwenzahn zweige nochmal Löwenzahn Johanneskraut Johanneskraut Gänseblümchen Gänseblümchen Löwenzahn Löwenzahn ja Gänseblümchen man kann wohl später auch irgendwelche Arrangements machen in der Töpfer Werkstatt oder zumindest halt wenn man Töpfe hat oder so ok da war eine Ente da sind noch mehr Enten ist die Frage ob ich gerade noch mal ein bisschen Entenjagd gehe ich würde sagen ja ok wenn die andere Ente bleibt wo sie ist dann muss sie auch sterben Kräuterhütte freigeschaltet nice will kein Mensch habe ich aber eine Kräuterhütte so äh mal Internet äh Internetar Kräuterhütte war das hier drüben Schrank das Trank des schnellen Heilens plus 20 Gesundheit Breitwegerich einmal Wasser und vor allen Dingen eine Hölzer eine Fiole ähm weiß ich gar nicht ob ich das Trinktrank gegengriff da vorne ist wieder Ente Ente gut alles gut ja im Augenblick das Spiel macht schon Spaß aber ich habe das Gefühl nicht richtig weiter zu kommen weil ich es einfach auch nicht kann aber gut da ist mir wieder ein Speer kaputt gegangen lieber ein Speer als ein Bogen Roms hat es gemacht da war die Ente weg Ente gelände so nice so mal gucken bisschen Steine wieder sammeln ja ich glaube fast dass diese Fässer am Wegesrand am Wasserrand nicht immer an der gleichen Stelle liegen und ich muss vor allen Dingen mal wieder was essen ähm Trockenfleisch doch ein bisschen haben wir noch Essen 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 Anscheinend Leben Regeniere ich nur wenn ich schlafe was ja nicht gerade ah okay also bis hierhin kann ich gehen und dann ist Ende Gelände okay gut zu wissen dann bin ich hier rüber gelaufen ich hatte das hier so ein bisschen erforscht erkundet dann versuche ich jetzt noch ähm ja ähm hm okay versuchen wir es so einfach wir laufen jetzt hier ähm nie ohne Säufe waschen nach Nord Westen Nord Nord West vor allen Dingen wird es gerade schon wieder dunkel ich hasse es wenn es dunkel wird was steht da hinten findet ihr okay Moment Wildschweine Spiele speichern äh Sicherheit überschreiben ja und jetzt raus und jetzt der Bogen hier hinten war noch ein Hirsch oder so Steinpfeil da ist noch ein Hirsch da ist noch ein Wildschwein Aber eigentlich hatte ich doch hier einen verschossen, oder habe ich den doch erwischt? Ich meine, theoretisch muss ja auch nicht jeder Fall ganz bleiben, ne? Also okay, die kommen aber auf mich zu, wenn ich sie nur anfüße. Okay, der ist hier, nochmal gucken. Ja, der wird mir jetzt auch angezeigt. Da hinten die zwei nebenbei auch. Sind halt auch nur Steinpfeile wahrscheinlich. Ah, hier ist zum Beispiel so ein Lager, das habe ich aber glaube ich schon geblendet. Wobei, jetzt ist hier wieder Brennholz. Schlafen kann man hier nicht. Na, Armbrust mit Eisenbolzen. Nehme ich, eigentlich ist es ja Diebstahl, aber das sind bestimmt Banditen gewesen, die hier gelagert haben. Ähm, ich glaube in den anderen Sachen, da habe ich mir nichts drin, aber wir gucken trotzdem mal. Äh, kann es sein, dass man einfach immer in alles reinguckt und deswegen alles blundert? Kann ich das abbauen mit dem Hammer? Das wäre hammermäßig. Ähm, R. R. Ähm. Moment. Modus. Genau. Reparatur, verputzen, putzen entfernen, zerstören. Kann ich das hier drauf machen? Geht nicht, ne? Oh, das wäre jetzt so cool gewesen. Okay, ich möchte das speichern. Was waren da gerade? 57 Prozent? Ähm. Einfache Fackeln nehmen. Ja, natürlich. Ich habe hier nochmal Fackeln gekauft. Ja, einfache Fackeln nehmen. Eine Eisenachs. Wie die Axt im Walde. Sehr nice. Gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ja, eine Krähe. Stock. Steine. capsule. So, wie kriege ich trotzdem Panik, wenn die da so öööö machen? Da hinten ist, glaube ich, was.. Neues'n 10. Breitwegerich nehme man auf mit. So, ich würde folgendes vorschlagen, ähm, wir machen hier jetzt mal soen.. Nee, stopp, das war falsch. Gebäude, nein ist es auch nicht. Einfach nur ein Feuer. Kann ich nicht auch einfach nur ein Feuer machen? Ich konnte doch irgendwie nur ein Feuer machen. Genau, ein Lagerfeuer. Und da möchte ich ein einfaches Lagerfeuer für 15 Stöcke machen. Das setzen wir jetzt hier hin. Und da entzünden wir jetzt ein Feuer. Und dann schlafen wir hier. Weil nachts irgendwie rumlaufen, da seht ihr nichts, ich seh nichts. Da sehen wir alle nichts. Nein! Okay, damit habe ich praktisch eine neue Jahreszeit. Guten Morgen, liebe Nachbarn. Kapitel 3. Ich überlege ein paar Aufgaben. Diplomatie, neues Level. Okay, wahrscheinlich hätte ich einfach nur weitermachen kommen müssen. Diplomatie, habe ich ein neues Level. Okay. Diplomat, mehr Reputation für Dynastie. Empathie fand ich glaube ich ganz gut. Romeo, mehr Zuneigung. Nö, Diplomatie, Kenntnisse würde ich auf jeden Fall erstmal erfüllen. So. Das ist ja super. Erledige ein paar Aufgaben für deine Nachbarn. Die Zugang einer Frau gewinnen. Die Zugang einer Frau gewinnen. Wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Aber wahrscheinlich ist bevor ich am Dorf aufbauen erstmal eine Frau eine ganz gute Sache. Habe ich auch so gemacht, bevor ich hier praktisch Bürgermeister werde, habe ich erstmal eine Frau gesucht. Zum Glück eine gefunden, die nicht schnell genug Nein gesagt hat. Sicherheit. Nein, 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 nein. Nicht laden, speichern. Speichern auf zweite Jahreshälfte. Zweite Hälfte, ja, Hälfte ist gut. Gut, hier vorne hat irgendjemand einfach die Stunden stehen lassen. Meine Herren, daneben geworfen wie ein Weltmeister. Und meine Sperre rollen weg. Kein Wunder, dass ich manchmal nicht wieder gewonnen habe. Deswegen habe ich die auch so aggressiv in den Boden gerammt, damit ich sie wieder finde. Und Hase. Gut, ich hätte noch gar nicht so viele Quests erledigen sollen. Ah, was kriegen wir jetzt hier an Bären? Bäre, nicht unreife Bäre, sondern Bäre. Finde ich persönlich, hört sich gut an. Und noch einen Dachs. Wir haben noch vier Sperre. Wollen wir vielleicht mal auf eine andere Waffe wechseln? Wechseln. Verdammt. Dann ist da auch mal ein Lager. Stock nehmen. Ich hoffe halt, dass da keine Banditen sind. Dafür wurde ich nämlich gewarnt. Dahin ist noch eine Elchko, glaube ich. Das ist auch ein verlassenes Lager. Nice. Ich liebe verlassene Lager. Kleiner Weidenkorb. Weizen. Yep. Gekauft. Gibt es eigentlich auch eine Taste mit allem nehmen? Stein. Ein Eimer. Ich habe einen Eimer. Alles im Eimer. Ich habe gerade kurz Panik gehabt. Speichern. Sicherheit nehmen wir wieder. So. Ist die Frage. Da ist noch eine Axt. Aber ich möchte eigentlich erst mal. Ah. 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 Ok. Ich muss demnächst mal neue Freile herstellen. Ok. Jagd neues Level. Jetzt kann ich mir glaube ich Spuren anzeigen lassen. Das hat sich doch eine Fichte... Wo ist mein Pfeil, der hier an der Zeit wird? Na, ich habe doch hier E gedrückt. Habe ich jetzt den Pfeil. Da sehe ich ihn. Super. Hier hinten waren noch mehr Steinpfeile. Vor allem jetzt das Lagerplündern, ganz wichtig. Da hinten habe ich gerade einen Wildschwein gehört, aber ich will jetzt keinen Wildschwein. Und meine Pfeile zurück. Ich habe den Steinpfeil gut. Hier war noch einer. So, ich würde sagen, das ist mindestens mal eine Eisenachst. Na, wie war das gewesen? Essen. So. Keine Animation zum Pücken. Verdorbenes Essen. Finde ich gut. Weil das ist auch Dünger, soweit ich weiß. Da ist noch ein Fass. Hufeisen. Zwei Stück und die sind 250 wert. Aber wahrscheinlich auch nicht gerade. Okay. Tierfutter. Nice. Einfache Fackel. Und anscheinend soll man Fackeln finden und nicht wie ich selber herstellen. Ah, hier sind Pfeile. Äh, was sind das? Das ist doch ein Jagdmesser. Ne, das ist ein Flock, oder? Ich dachte, das wäre ein Jagdmesser oder so. Kräuter. Achso, was ich mal gucken wollte. Ich habe ja jetzt theoretisch die unreifen Bären im Inventar. Die geben 0,25 Vergiftung. Und dann haben wir die Bären. Die geben 0,5 und 1 Wasser. Dafür, dass man davon auch relativ schnell so viel bekommt. So, nochmal speichern. Ey, ich kann mein Glück kaum fassen. Dieses Lager macht mich glücklich. So. Ähm. Die Frage wäre jetzt, ob zum Beispiel die Reifen Bären mehr Geld bringen, als die unreifen Bären. was ja eigentlich logisch sein sollen würde. So. Nochmal gucken hier. Die geben 0,2 und die unreifen geben auch 0,2. Nein, die geben das gleiche. Oh. 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 So. Oh. 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 Läufst du weg oder läufst du einfach nur rum? So ein Puma ist echt eine fiese Sache eigentlich, weil Pumas sind richtig böse Viechers eigentlich. Das habe ich mir in einem Tierfilm mal angeschaut. Überleben meier Stufe, okay, Überleben geht schon mal ganz gut, Farz, Loxi. So, mal gucken, hier irgendwo, da habe ich noch einen Steinbefeil in die Gegend verschossen. Da ist noch ein Steinbefeil, okay. So, wo wollten wir hin, wir wollten eigentlich hier hin, hat man jetzt gesagt, zu meiner Falle nochmal. Ich will auf jeden Fall noch so ein Lager finden. Gut, ich benutze ja im Augenblick die Sachen nicht wirklich. Frage wäre natürlich, ob ich mir die Metallachst mal auf die 1 lege. Überhaupt die Axt auf 1 und dann halt einfach auf Tiere, die mir näher kommen, aber mal einhauen. Okay, da sind zwei Spielspeicher. Diesmal hat es auch in dem richtigen Ohr gefiepst. Also gehen wir mal davon aus, dass es jetzt richtig rum ist. Ernsthaft? Ich muss mal nirgends mehr Pfeile herstellen. Gut, die Routen. Da hinten hat er weiß. Vielen Dank. Das da hinten ist immer noch das Zelt und Zeug wo ich war oder? Das ist kein neues... Ne, ich glaube nicht das ist das, was wir schon hatten. Schade. So, wir gehen zum Thema WG Nummer schnell zur Falle. Hier haben wir das ganze... Let's see. So. Aber von den Bären müssen wir auf jeden Fall viele mitnehmen. Die geben zwar nur wenig Essen wieder, aber dafür kriegen wir davon so viele zusammen. Der Bogen ist aber auch nicht mehr ganz so fit. Und... Erdgebiet hier schon. Oder... Weiß ich nicht... Das ist... Tollkirche. Okay. Hauptsache mal ein paar Tollkirche sind drin gesammelt. Okay. 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 Das jetzt mit der Jagd-Sicht gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Gut. Trotzdem nochmal speichern. Füchse sind ja auch fies. Sicherheit überschreiben. Alles больше wenig常 wahrgenommen wird. rat ist einfach nicht so großartig akoha. Ganz mit 1000 Gramm! Ja, genau das meine ich! Verdammt! Echt! Von einer Erhöhung runterschießen wir vielleicht auch eine Idee, dass man nicht erreicht werden kann. Aber irgendwie habe ich nirgendwo so einen großen Felsen gesehen, wie es da abgebildet ist. Ja, so möchte gern irgendwas dahin machen, finde ich ja auch lustig. Egal. So, da vorne ist wieder noch mein Fuchs. Ja, toll. Eigentlich habe ich auf den Fuchs auch gar keine Lust. Überhaupt nicht, der Fuchs. Den läuft er jetzt rum, da müssen sogar zwei. Konnte ich die Pfeile, Moment mal, konnte ich die Pfeile im Inventar machen? Nee, die musste ich auch bei mir zu Hause machen, ne? Hasenfalle, aha. Nee, da hinten sind Dachs. Ja, der Dachs ist aber auch rum, auf denen egal. So, jetzt müsste die Falle zerbrechen. So, Ende Gelände mit der Falle. Da hinten läuft der Dachs noch rum. Der hat sich auch wieder beruhigt. Na, das ist ein Game, wo man Zeit vergisst, wa? Ja, so ein bisschen, ich hab doch schon gelesen. Ja, schön, dass du mir in Achtung entgegenhüppst. Ja, das ist doch schon mal ganz gut hier so. Dann machen wir mal noch ein paar Pfeile. Gut, der erste Bogen ist auch bald durch. Aber trotzdem, der Bogen macht die Sache wesentlich schöner. Ähm, Moment mal. Wir brauchten... Das hier. Genau. Was brauchen wir hierfür? Feder und Stock nur. Holzbolzen. Ah, okay. Nicht genug Technologie, nicht genug Technologie, bei weit nicht genug Technologie. Okay, hiervon. Ja gut, wir haben ein bisschen was. Wir können herstellen. Oh, ich hab F gedrückt anstatt D. Ist ja in Ordnung. So, nochmal. Nein! Jetzt hab ich mit Längsel. Ja, die Füchse sind hart. Ja, so ein bisschen. So, also nochmal R. Ja, wir haben jetzt ja schon zweimal hergestellt. Wir machen trotzdem alles. Komm. Was soll's. Viele Pfeile. Soll ich noch einen Bogen herstellen? Ich hab noch einen auf Reserve. Das müsste eigentlich reichen. Trockenfleisch? Eigentlich... Ja, nein, vielleicht... Wie viel Fleisch haben wir denn? 187. Äh, ja, ein bisschen Trockenfleischkorn. Ja, der Luchs war auch böse. So. Okay. Herstellung. Neues Level erreicht. Ja, nice. Okay, dann hat sich das ja doch gelohnt. Erstmal in der Jagd hab ich hier noch ein neues Level. Erfahrene Jäger. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Waffen. Finde ich eigentlich ganz nett. Zusätzliche Rohstoffe von Tieren. Finde ich auch nett. Gibt's denn hier hinten noch? Verlangt wird auch immer beim Tieren. Schnelleres Nachladen von Bolzen oder Anlegen von Pfeilen. Auch nett. Aber gut, so weit bin ich bei weitem noch nicht. Ich bin ja jetzt erst auf Stufe 2. Also auch wenn das hier hinten praktisch aufgeblockt ist, kann ich das noch gar nicht machen. Ich würde sagen, wir machen hier... ... mit Fernkampf... ... das ist beides auch cool. Aber ich würde sagen, wir wollen ja erstmal schneller da drinnen leveln. Athlet. Ja, ich renne ja sehr gerne in dem Spiel. Wie bei Ark auch. Du musst nicht schneller sein als die Dinos. Nur schneller als deine Freunde. Was? Wir mussten mal gucken. Das Fleisch kann, glaube ich, auch gammeln. Ja, das auch. Drei. Stufe 3. Baumeister. Handwerkexperte. Das hier war ja das mit Häuser verputzen, genau. Nähexperte. Kochexperte. Eigentlich alles nicht so wichtig. Natürlich ist es können, da fahren wir mal, Nutzung von Arbeitsflächen, Werkstätten oder Schmieden. Wir nehmen einfach das hier, guck mal. Bäm. Technologiemäßig. Sitzbaumstumpf. Holzschuppen. Blumentopf aus Stein. Nein, einfaches Haus. Grabungsschuppen. Da muss man irgendwann mal weiterkommen. Äh. Genau, die Krötehütte müsste ich eigentlich... Nein, ich war noch in keinem Winter, nein. Nee, nee. Nein. Definitely not. So, irgendwo hier vorne müsste es ja noch ein Quest geben. Ich kann nochmal gucken. Ah, okay, hier gibt es jetzt sogar einige Quests. Okay. Okay. Ah, ich kann die Bären einfach nicht hier lassen. Und ich habe wahrscheinlich wieder keine Steine mehr, nachdem wir uns ein Pfeil herstellen. Äh, Moment. Warum habe ich 18 Steinpfeile und nicht mehr? Ja, Eisenpfeile, die habe ich gefunden. Steinpfeile 103. Ablegen. Äh, abrechnen. Gegenstände sortieren. Äh, abbrechen. Äh, ausrüsten. Nicht mehr ausgerüstet. Und jetzt wieder ausrüsten. So, jetzt habe ich alle ausgerüstet. Gut. Steine. Okay. Da hätte ich ein bisschen früher reagieren können. Ähm, nochmal kurz beim Handwerkszeug gucken. Steine habe ich 27. Was hat mir noch gefehlt? Federn habe ich genug. Haben mir Stöcke gefehlt? Äh, ich habe wirklich nur noch 10 Stöcke. Okay. Ich muss auch mal den Stöcke suchen. Weil Stöcke hatte ich sonst ja immer 100 irgendwas. Nee, die roten sind ausgerüstet. Nee, die roten sind ausgerüstete, tatsächlich. Aber danke für den Tipp, macht wirklich viel Spaß. Ich meine sogar, dass ich es irgendwann schon mal irgendwo gesehen hatte und überlegt hatte, ob ich es hole oder nicht. Ist halt Minecraft mit Kingdom Come Deliverance und nein, ich habe eingegeben, dass ich keine Gewichtsgebergrenzung habe. Aber Problem ist tatsächlich, ich hasse Spiele, wenn ich gewichtsgebergrenzt bin. Ähm, das ist fürchterlich. Ich finde auch bei ARK, gerade am Anfang nervt mich das immer tierisch an, wenn man am Sammeln machen tun ist und kann nicht alles mitnehmen. Und das ist fürchterlich für mich. Ich habe, ähm, die Tage bis zum, ähm, Dingswechsel, habe ich auf 5 gestellt. Äh, ja, ist bis zum, ähm, Jahreszeitenwechsel. Dementsprechend. Das mag sein, aber Richtung Metall, so weit bin ich ja noch nicht. Du weißt, ich habe es lieber einfach. Ich, ähm, finde, ich bin jetzt hier auch schon oft genug gestorben. Ich habe ja, gut, okay, ich bin jetzt auch ein paar Mal an Tieren gestorben, aber ich glaube, nee, leider auch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich mehr an Baumställen gestorben bin als an Tieren, aber das stimmt nicht. Ich glaube mittlerweile bin ich drei oder viermal durch Tiere gestorben und nur zweimal durch Bautenstämme. Dementsprechend würde einem da auch weniger Tragen nichts helfen. So, okay, wir haben jetzt wieder ein paar Stöckchen gesammelt. Davon liegt irgendwas. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man drauf achten soll, dass man die mitnimmt. Münzen, 13 Stück, gut, okay. Wann mal abbrechen. Kann man nicht irgendwie alles nehmen? Stapel transferieren, ah, okay. Lange F drücken. Hier drüben ist noch ein paar Steine. So. Wohin wollte ich? Wohin wollte ich, glaube ich. Da habe ich ja wieder drei neue Quests. Der hat schon eine Lampe an, also es wird schon wieder Abend. So. Achso, ich soll ja eine Navuya Merdika Ingolf. Nee, mit Ingolf würde ich mich anwendeln. Du hast doch was für mich. Guter Gang. Du kommst zu einem schlichten Zeitpunkt, wo meine Pflichten als Castellan erwarten mich. Verstehe ich, dass es in Ordnung ist. Ja, alles ist. Ja, alles ist. Ich weiß. Ich bin nicht. Mord. Es hat einen Mord gegeben. Was? Du meine Güte. Ich dachte, so etwas passiert ja nicht so oft. Also, nachdem ich jetzt auf dem Schreck zu schlagen bin. Ich weiß nur, ich frage die Zeugen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Vergiss nicht, dass es kaum aufrechte Männer, ich bin sicher. Ich sage bei dir guten Händen das ja. Das wird sich zeigen, ja. Spaß, verseitrage mir. Das ist keine Anzeige, ich kann im Moment keine weiteren Geschichten erzählen. Aber ich denke, dass es jemanden gibt, den du treffen solltest. Sein Name ist Sambo. Sambo, Sambo. Er war einer von uns, von den Meuten meine ich. Okay. Das ist richtig. Eigentlich tun sie alle hier. Eigentlich tun sie das alle. Aber hier, ich habe Sambas Haar auf der Karte eingeseitert. Du solltest deinen Besuch abstatten. Rosal, mache ich auf den Weg. Danke. Sehr vorsichtig, Sambo freundlich zu nennen. Es wäre, als würdest du einen angenehmen Bezeichen bei einer höchstempfindlichen Stelle in Biene. Okay. Oh, ich bin sehr reif. Der gehört immerhin zu meinem Anteil. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay. Okay. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ach, es kann schreckliche Rollen hören. Nee, schlafen kann. Soll ich Wölfe sonst loswerden? Das kann ich kein Problem. Dafür habe ich mir noch keine Zeit. Dankeschön. Ich soll Wölfe töten. Wirklich? Aber da kriege ich auch angezeigt, was sie verkaufen. Das ist ganz nice eigentlich. Wo ist das nächste Quiz? Da vorne irgendwo. Da nehme ich drei. Ach so, das andere war... Ja, dass man nur Solo spielen kann. Gegen Wölfe, okay. Was kann ich für dich helfen? Brauchen deine Hilfe. Letzten Tag gab es eine Drecklichen Sturm. In Ordnung, ich werde... ...schon wieder ein Dach reparieren. Votation geschrieben, Autosave. Vielen Dank. So, zwei von drei Hilfe-Besuche habe ich abgeschlossen. Drüben haben wir noch was. Wo muss ich denn die Wölfe töten? Wo muss ich denn die Wölfe töten? Da hinten wahrscheinlich. Ach ja, wieso habe ich jetzt nur so viel Angst? Gut, aber ist ja gar kein Problem. Sind das wirklich die Wölfe? Nein, sprich mit Sambor ist das. Tagebuch. Nächtliches Geheul-Quest verfolgen. Wo muss ich denn da für hin? Einfach nur irgendwelche Wölfe töten oder was? Ähm. Ähm. Drei Wölfe töten, welche darf man da stören? Jage drei Wölfe. Äh. Ja, super. Äh. Sprich mit Sambor. Sprich mit Nada. Alvins Geschichte. Sprich mit Alvin. Ladenbrot. Was? Ach so, stimmt. Das sollte ich ja auch wieder Quest verfolgen. Genau. Ich sollte ja mit ihm nochmal sprechen, wenn die Jahreszeit gewechselt hat. Der wird ja hier auf dem... Nein, das ist er nicht. Der steht hier vorne. Das ist er doch. Was gibt's Alvin? Nein, nein, nein. Heute wieder viel zu tun. Außerdem läuft Trümschlauch aus. Ich schwöre, das macht er mit Absicht. Nur mehr Arbeitern und ein bisschen was. Kannst du nicht einfach einen neuen kaufen? Dieser... Diesen mag ich am liebsten. Er hängt an seinem Trinkschlauch. Okay. Weil du mein Freund bist, werde ich so tun, als wäre dieses Ding nicht ekelhaft. Wie kann ich dir helfen? Im Westen hier gibt es einen dauernden Näherer Ecke. Kannst du dorthin gehen und die Näheren bitten, meinen Trinkschlauch zu reparieren? Ich kann mir... Ich denke mir... Ich kann mir zurück, wenn er repariert ist. Okay. Okay, damit habe ich zumindest die Hilfen im Dorf... ...abgeschlossen. Ich will hier rüber und will noch mal Inga ansprechen, weil... Ich soll ja jetzt mit einer Frau anbandeln. Ich will Inga haben. Wo muss ich da hin? Da so, da. So. Fried? Nein, Wasser. Gut. Wasser. Zumindest viel getrunken haben wir jetzt. Okay, komm. Gut, vielleicht hätte ich doch Wasserläufer skillen sollen. Aber lustig. Ich habe jetzt praktisch am ersten Tag fast alle Quests erfüllt, die ich für dieses Jahreszeitalter schon wieder habe. Aber wir haben jetzt schon Herbst. Lust bedeutet tatsächlich im nächsten Jahreszeitalter wird es richtig... äh... Jahreszeit wird es richtig kalt. Achso. Ich bin jetzt absichtlich auch durchs Wasser gegangen, weil dann wird man sauber. Mit Felsen kloppen. Ich habe ja nicht mal eine Spitzhacke. Okay, ich will aber fast sagen, ich muss hier einmal nächtigen. Das finde ich halt auch irgendwie schade. Ich muss jetzt hier ein Feuer setzen. Und... äh... finde ich halt irgendwo... unschön... hier war das, glaube ich, ne... Feuer... Lagerfeuer zu nahen irgendwo dran. Jetzt kann ich hier irgendwo am Wegrand setzen, wo ich es einfach wieder verwenden kann. Das ist halt die Frage, ob die Wölfe nur nachts kommen, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich das hier auch ab... nein, ich lasse das hier. Schon wieder so ein schlechtes Wetter, das nervt ja auch, wie die Pest. Erinnert mich an ein uns wohlbekanntes Spiel, wo sie auch sagten, um es interessanter zu machen, und machen wir mal ein paar Wettereffekte rein. Da drehe ich mich heute noch drüber auf. So, Stock... Stöckchen... Wir haben echt nur 25 Stöcke. Ey, so ein Feuer kostet aber auch einiges. Oh, dabei Stöcke gibt's ja auch jetzt echt gut. So, da war ja was. Schau, wo wir haben wir. Geht tatsächlich schneller, also... Finde ich gut. War ein guter Tipp aus dem Video, was ich da geguckt hatte. Zack, zack. Zack, 88. Ist eigentlich ganz gut, genau. So. Wo haben wir denn die nette Inga? Du... nee, Milena. Inga da. Inga steht ja meistens hier, oder? Bist du Inga? Nee, du bist Erwina. Ich hasse es, wenn sie nicht sagen, wie sie heißen. Ah, da. Was willst du denn? Ah, ein Neukamer. Ein Freitag, dich zu treffen. Alle recht freundlich hier. Oh, ha, 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 ha. Wurdest du mir besorgen? Klar, gib mir die Liste. Ähm, was brauche ich denn? Ähm, nachtliches Handwerk. Abliefern, Univolt, Holzstamm. Drei Mal. Ich hab acht. Jo, hier. Also meine Reputation sollte jetzt relativ hoch sein. Ah, okay. Hier kriegt man auch so ein bisschen angezeigt, was die Leute können. Zumindest manche. Da sitzt jetzt auch die Inga mit dabei. Komm, Inga, red... Hallo, zeig mir deine Waren. Nein, ich möchte Romantik. Nein, entschuldige, ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich will aber... Na, der hat zumindest schöne Locken da in den Ohren. Bist du eine von denen... Nee, bist du nicht. Soll ich hier wirklich mit dem Mädchen da, mit den lockigen Haaren? Ich meine, sie ist Schmied 2 und so. Der hat drei auf Bergbau. Der hat drei auf Sammeln. Sie hat alles so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, die hat nicht wirklich viel. Nee, die wirklich zur Frau haben. Ist jetzt halt die Frage. Andererseits ist es, glaube ich, ja auch so... Und Inga kann... Oh. Nix über Inga sagen. Die sitzt hier neben mir, ja? Ähm. Okay, aber gut. Okay, komm, wir reden jetzt mal mit der. Hallo! Unterhalten. Die ist 26, Zuneigung wenig. Was beschäftigt dich im Moment? Wie war dein Tag bisher? Warum bist du besonders begabt? Fischen und Sammeln sind recht anspannende Tätigkeiten. Äh, also mehr kommst du zur Ruhe. Romantik. Einfach auf Romantik drücken, oder was? Bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen? Nee, Kleinigkeit hab ich nicht für dich. Sag mal, warum lauft ihr jetzt um mich rum? Wollt ihr auch Aufmerksamkeit, oder was? Oder buhlt ihr auch um die? Ich meine, die ist 26 Jahre alt. Für das Zeitalter eigentlich, ähm... Egal. Seit meiner Kindheit hab ich Höhenangst. Es scheint, dass ich mich jedes Mal verletze, wenn ich falle. Was ist deine größte Angst? Hä? Die ist schon fast in Rente, ja. Letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum, ich war dabei, ein Haus zu bauen. Wie jemand anderes hatte die Kontrolle über meinen Körper und sah bei meinen Augen. Hörte ich diese seltsame Stängel, die Klang, als kämen sie von weit her. Sie sagte, Mist, er hat schon wieder Hunger. Sehr merkwürdig, äh, nicht sehr romantisch. Der heutige Tag ist für mich ziemlich ermüdend, aber dennoch erfolgreich. Wie läuft dein Tag? Das find ich nett. Plus 5 Prozent, okay. Äh, erfreulicherweise hatte ich vorhin einen wirklich schönen Spaziergang. Habe die Schönheit der Naturgenossen, nur ich und meine Gedanken. Okay, nochmal. Was ist deine liebste Jahreszeit? Arbeiten kann uns oft unter die Haut gehen. Was machst du in deiner Freizeit? Nein. Ich glaube, der... Oh, die hat schon wieder Zuneigung. Ist die wunderbarste Jahreszeit, die ganze Welt, bla bla bla. Okay, ähm, es tut mir leid, ich brauche etwas Zeit, um über das nachzudenken, was du gesagt hast. Nicht so wichtig. Was ist das? Plus 5? Nein, wer bei... Achso. Mach's gut. Äh, wer bist du? Melena? Die Melena kann ich ja nicht. Okay, ne neiges Kapitel 4. Achso. Ich sollte einfach nur so ein bisschen mit der flirten. Ich brauche die gar nicht als... Jage-Wildschwein-Fuchs 3. Toll, habe ich doch schon. So, ähm, die Richtung Wolf. Wolf habe ich noch kein Jagdgebiet gefunden, oder? Nee, habe ich nicht. Ich könnte jetzt hier gerade hochlaufen. Ich muss ja sowieso hier rüber zu dem Schneider, oder? Dann sind wir aus dem Schneider. Ach, ach. Äh, nee, da muss ich hin, nach Denica. Ich muss eigentlich auch irgendwo hier unten hin, oder? Ja, dann laufen wir erstmal hier hoch. Äh, nach Norden. Äh, ob es auffällt, wenn ich so im Küken klaue? 500 Eppes. Ah, verdammt. Den Vogel hätte ich abschießen können. Dafür habe ich doch mal eine Pfeile gebaut. Hach, der gräbt nicht mehr die Krähe. Äh, vor allen Dingen der, ne? So. Okay, irgendwie dachte ich, das wäre ein Stein. Weil die so hellgrünen waren halt. Ob man das Pferd von dem Krutscher abschießen kann? Vielleicht besser nicht. So. Nach Norden, haben wir gesagt. Erstmal nach Norden. Straight. Frauen wollen immer Geschenke. Ja, in der Tat. Ähm, aber ich muss ja jetzt nicht weitermachen. Weil die fand ich jetzt auch nicht so gut von ihren Werten her. Die hatte nichts auf 3, so. Ja. Ist halt die Frage, ähm... Weil ich habe irgendwas gehört, dass man halt primär nur die Kerle arbeiten lassen kann und die Frauen nicht so sehr. Ob das deswegen ist, dass deswegen auch ihre Werte dann halt nicht so hoch sind. Und weil sie ja dann später Haus, äh, Hof und Kinder managt und so. Und, äh, ist halt da noch nicht so viel mit Gleichberechtigung. Also, hier haben wir Felsen erfordert eine Spitzhacke. Ich habe immer noch keine Spitzhacke, glaube ich. Denke ich. Weiß ich. Mal mehr Richtung Norden. Denn es ist wieder ein Dachs, würde ich sagen. Und ein Hase. Ich würde sagen, Hase. Wo es Hasen gibt, könnte es auch Wölfe geben, ne? So rein theoretisch. Da vorne der Hase guckt sogar schon in meine Richtung. Also, bleib mal versteckt. Ich finde, das sieht in der Sicht aus, als ob er noch lebt. Ja, klar, gib mir ein Hey, Pyro. Gib mir einen Tipp wegen dem Wolf. Okay, warte mal, das ist klar. Ich glaube, es ist sogar, das muss ich nur, Tagebuch, sprich mit Sambul. Das ist sogar ungefähr die Richtung, wo ich gerade hinlaufe. Da war ich doch intuitiv richtig. Okay. Ja gut, Hirsch, ich hoffe halt nicht, dass der mir abhaut, ne? Ich glaube, mit einem Kopftreffer müsste der... Okay, sehe ich das richtig? Der ist jetzt da zusammengebrochen. Die anderen interessiert es nicht mal. Ich muss mir nur gleich angucken, wo der war. Und mein Essen geht auch nach oben runter. Ja, natürlich. Okay, ich glaube, das war sogar eher mal vorbei, ne? Aber wenn mein Magen auch so laut knurrt... Ja, hier vorne ist der, der Stein. So, schön viele Steine auch hin. Okay. Ah, jetzt ist er doch abgehauen. So, wir wollten was essen. Alvins Tringschlauch, okay. Essen. Wir haben ganz viel Trockenfleisch, warum auch immer wir das nicht... Ah, weil das nur 75% hat. Okay. Bärm. Kann ich das auch gedrückt halten? Okay, zumindest geht auch Wasser richtig gut hoch. Ich könnte meinen, man ist ein arg. Lass den Sound an. Okay, nee, hab ich tatsächlich den Sound an. Was auch immer ich gerade hier mache. Ah, okay. Gut, dieses Tier ist, glaube ich, weg. So, jetzt müsste es theoretisch... Okay, der Schuss war unnütz. Oh, vielleicht habe ich doch getroffen. Okay, nochmal aus nächster Nähe reingeschossen. Aber gut. Da hinten läuft was weg. Äh, in die Richtung. Genau. Ja, ich habe wieder ein Reh. Ähm, nehmen wir doch das hier. Nein, da hinten. War auch wieder getroffen, gut. Das war nicht getroffen. Keine Ausdauer mehr. Wie viele Pfeile habe ich jetzt wahrscheinlich schon unterwegs übersehen. Immer noch die Richtung. Gut, Leder haben wir mittlerweile auch gut, Fleisch haben wir gut, alles gut. Autosave, ja, das wäre vielleicht auch eine gute Sache, nochmal hier Sicherheitssafe zu machen. Fuchs doch gut, musst du doch noch 3. Ja, wobei Fuchs finde ich schlimmer als Wildschwein. So ist es hier in dem Spiel. Oh Mann, ich will jetzt keine Hirsche mehr jagen. Mal gucken, ob wir irgendwo hier einen Fuchs davon überzeugen können, uns für die Flinte Bogen zu laufen. Da ist ein Lager, da ist ein Lager, da ist ein Lager. Cool, da ist ein Lager. Ich liebe Lager Stücke aus dem Lager. Pfeile. Oh, ein Recurve-Bogen. Das müsste theoretisch der beste Bogen sein. Äpfel gedrückt halten. Also ich muss wirklich F gedrückt halten. Mal bitte gucken, Bronzefeil, einfache Fackel, also Fackeln gibt es tatsächlich. Kupfermesser, ah, es gibt auch ein besseres Messer. Okay, mal genauer hier gucken. Stock nehmen, Brennholz nehmen wir natürlich auch alles mit. Gut. Was war hier noch? Stock. F. Bricht. F. Nice. Also Kupfermesser ist glaube ich auch eine gute Sache. Sonst haben wir jetzt hier alles. Gut, das sollten wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal abspeichern. Pre-Curve-Bogen, wie gesagt, müsste eigentlich der stärkste Bogen sein. Das wäre ja richtig cool. Das gucken wir uns jetzt auch gleich mal im Inventar an. Bei den Waffern. So, dieser Bogen steht hier dabei. Wie viel Kampf? 35 Schaden. Äh, die Eisenarmbrust wäre bei 70 Schaden. Und der Recurve-Bogen bei 45 Schaden. Also gut, der Recurve-Bogen macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ähm, wir haben Kupfermesser, macht 30 Schaden. Holzspeer macht 15, okay. Ähm, die Schaufel macht gar keine 20 Gewinnung. So, wir haben hier Steinpfeile. Irgendwas wollte ich eben noch gucken. Ähm, wir haben doch auch andere Pfeile. Eisenpfeile, genau. Die machen 55 Schaden. Hä, was macht denn mein Steinpfeil? Die machen 75. Machen die praktisch unterschiedlich. Also wird das zusammengezählt? Sag bloß, der macht 55 Schaden der Bogen, weil ich Steinpfeile benutze. Und mit Eisenpfeilen wäre es dann schon bei 85 und mit dem anderen Bogen dann noch mehr. Und so weiter und so fort. Bronzepfeile, 45. Okay. Okay. Wie dem auch soll. Äh, wir wollten weiter in diese Richtung. Ich sehe es kommen bei meinem Glück. Äh, was bist denn du? Du siehst aus wie ein Luchs oder wie ein großer Wolf. Oh Gott, wir haben ja gespeichert, ne? Ähm, du bist ein Wolf, ich bin mir ziemlich sicher. Voll daneben gehauen. Aber ich müsste jetzt eigentlich die Möglichkeit haben, seinen Blutspuren zu folgen. Dein ist er doch, oder? Ist er das? Ich hoffe, er ist das. Okay, ein Hammer. Hui. Boah, das mit dem Wolf ging jetzt erschreckend gut. Ich speichere es schnell mal ab. Die hauen ab, wenn sie genug Schaden bekommen haben. Der hätte mich wahrscheinlich nach dem ersten nochmal angegriffen. Aber dadurch, dass ich ihn dann gleich nochmal beim Heulen angegriffen habe, diese Jagd-Sicht, die ich da jetzt geskillt habe, die ist glaube ich eine richtig gute Sache. Okay, das ist weniger gut. Shit. Natürlich keine Ausdauer mehr. Ja, super. Super. Ja, genau, genau das ist das andere Problem. Escape. So, Lan. Wie langweilig genau. Ja, und dann passiert sowas, ne? Wenn man ohne Ausdauer in den Wolf reinrennt. Ah. Da freut er sich, der Schmini. Sehr schön. Freue ich mich, dass du dich... Nein, eigentlich nicht. Quest Dialog überspringst ohne zu lesen. Steppt irgendwo auf der Welt ein Delfin. Das ist gut. Ich mag keine Delfine. Tut mir leid. Man muss nicht alles mögen. Also ich habe jetzt auch nicht viel gegen sie. Ja. Keine Ahnung. Aber mögen tue ich sie sowieso nicht. Das ist natürlich auch richtig cool, oder? Immer wenn du einen Quest Dialog überspringst, stirbt irgendwo auf der Welt ein Delfin. So, wir wissen jetzt, dass hier hinter dem Hügel ein Dingens ist. Wir legen unterwegs noch ein bisschen was mit. Wir gehen noch mal kurz hier in die Sicht. Jetzt ist hier natürlich kein Wolf, oder was? Eben gerade war doch hier noch ein Wolf. Da hinten heult er aber. Wir gucken mal. Da ist er, der Wolf. Okay. Trotzdem möchte ich wissen, ob hier irgendwo noch was in der Nähe ist. Ich sag jetzt nicht weicher als mir, aber ich speichere lieber wieder auf. Das ist eine Sache, die mir bei ARK manchmal gefehlt hat, dass man speichern kann. Gut, aber hier ist man ja tatsächlich dann auch gezwungen vom Speicher. Natürlich, definitiv. Wahrscheinlich sogar. Da drüben ist die Dings. Mal ganz kurz auf die Map gucken und eins rüber gehen. Anscheinend gibt es hier Wölfe, aber die werden hier gar nicht irgendwie doch... Ah! Wenn das grau ist, dann müsste es theoretisch so sein, dass ich die Wölfe gerade ausgerottet habe, oder? Eigentlich soll doch drei Wölfe töten. Na gut, dann gehen wir erstmal zu dem Typ hier und machen unser Quest. Gut, vielleicht da vorne ist noch ein Vogel. Da vorne sind das nicht so eine Vögel. Gut, vielleicht hätte ich das auch besser machen können. Sambo. Äh, ein Messer. Steilmesser. Hast dich wohl verloren, tut mir leid, ich wollte dich nicht... Ah! Warte mal! Schau mich an! Hör auf zu zittern! Ah! Schwarz und Blau! Noch nicht. Sperren gemacht, damals war lustiger. Ich hab die noch mit Sperren gemacht. Ja gut, äh... Sperren machen da wesentlich weniger Schaden. Äh... Schau mich an! Schwarz und Blau! Du bist... Jordan, wenn man nicht war. Und woher willst du das wissen? Ich habe mit Unglust unterhalten. Er hat mir gesagt, dass du auch nur, wenn du gehört hast. Bitte was habe ich gehört? Ähm... Der Meute, die mit Unglust und ja... Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen bescheuerten Namen gehört. Der guckt aber auch böse mit seiner Augen. Oh, tut mir leid, vielleicht habe ich mich geirrt. Mir wurde die... Wir wurden die glorreichen Fünf genannt. Eindeutig schlechter. Gleich... Ein viel besserer Name. Schlein! Da hast du verdammt recht. Äh... Jeder hat ihn geliebt. Keine Ahnung warum. Er muss dies bezüglich angenommen haben. Er war sicher nicht nur leidig auf deine Kreativität. Ha! Natürlich! Genau! Äh... Wie dem auch sei, ich würde gerne ein paar Geschichten über meinen Onkel hören. Und über die Anteilmeute. Äh... Ich eigentlich nicht. Warte! Äh... Zu spät. Äh... Nicht... Was wir gemacht haben. Und was... Äh... Hat dazu gekommen, es mir zu sagen. Äh... Ach was... Soll es... Äh... Also sag ich still... Zumindest etwas weniger anstrengend zu sein. Soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Richtig. Es... Äh... Äh... Ähm... Äh... 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 Von hier aus halten und hält dich die Klappe. Sag mal was... Äh... Du wirst es nicht bereuen. Holzschaufel. Zwei Stück. Okay. Äh... Äh... So... Die Wölfe sind offiziell noch nicht zurück. Hm... Und das? Das ist ein Fuchs, ne? Ähm... Geh mal hinter das Haus und äh... Machen da ein bisschen... Jo... Ich hab eigentlich meine eigene Schaufel, aber... Aber nicht, dass der jetzt all meinen Ton nimmt. Weil ich hab ja auf dem anderen Vorkommen jetzt auch. Ich hab ja jetzt 54 Ton. Ähm... Warum sind da Hirsch? Moment. Äh... Okay, die Holzrehchen sind bestimmt was. Wert. Oder hab ich die jetzt ausgegraben? Hab ich jetzt nicht aufgepasst gehabt? Okay... Und... Die sind doch bestimmt was wert, oder? Ja... Was sagt der Schmilly? Mal im Inventar gucken. Äh... Oder was fallen die denn? Äh... Hirschschädel. Oh, ich hab Hirschschädel. Seltsame Holzrehchen. Seltsame Holzrehchen. Ja gut. Auf jeden Fall wird's dunkel. Das... Das mag ich ja immer nicht. Dunkel mag ich nicht. Es war ja auch immer ein arg so, dass mich das genervt hat, bis ich dann Gamma wusste. Du, ich such die Häuser von ihm. Sicherlich nicht. Du elender Dieb. Du Wurm. Mann soll nicht stehlen. Ah... Holzrehchen. Noch mehr Holzrehchen. Warum soll ich den jetzt beklauen? Das ist doch ein netter Kerl. Der erzählt mir irgendwelche Abenteuer von meinem Onkel. und schickt mich mitten in der Nacht raus zum Dingsdingsen. Ja, aber ich will ja trotzdem den jetzt nicht beklauen. Schmidi, ich glaube, das war einer der Gründe, warum du so unbedingt warst bei der Damenwelt. Mit der Sache mit dem Klauen bei deinem Geschichtenerzähler und so. So. Noch mehr Riechen. Ich würde aber trotzdem jetzt folgendes machen. Ich würde gerne Gebäude, war es nicht? Das war's. Ja, das kostet wirklich 16 Stöcke. Na, wo ist es? Da. So. Und danach. Jetzt gucken wir mal. Jetzt, die Wölfe werden immer noch nicht wieder als da angezeigt. Das nervt mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber ist egal. Wir kriegen das schon. So, ich würde trotzdem sagen, hier speichern wir jetzt auch. Und ich mach mich mal ins Richtung Leierbettchen. Äh, ja. Tun das hier auf der Sicherheit nochmal. Also, was haben wir heute geschafft? Wir haben tatsächlich geschafft, ins nächste Dings vorzudrücken. Jahr 1 immer noch. Ach, wir haben Sommer. Wir haben noch gar nicht Herbst. Das ist ja toll. Weil ich das Jagdgebiet nicht gefunden hab. So, ich dachte, grau wäre tatsächlich. Okay. Na gut, muss ich da mal gucken. Wir sind immer noch im Jahr 1. Neutral. 0, 0, 0. Tag 3. Und wir haben es eigentlich recht warm. Verwaltung. Gut, brauchen wir ja eigentlich alles noch nicht. Tagebuchtechnisch. Der, da kommen wir. Also, wir haben ja auch schon einiges abgehakt. Und da haben wir noch nichts drin. Okay. Was haben wir denn hier? Protokoll der letzten Ereignisse? Nein. Technologientechnisch. Wir haben den Brunnen. Wir haben Materiallager. Weiß ich nicht, ob wir eigentlich den Brunnen brauchen. Ist jetzt warum stumm. Ist halt die Frage, ob man das alles irgendwie Blumentopf auf Stein und Fass ist. Wofür ein Möbel zum Aufbewahren von Dagegenständen. Ja, sicherlich brauche ich das jetzt nicht. Interessanter finde ich halt, dann hier weiterzukommen. Fischerhütte. Gut. Jagdhücke 2. Da könnte ich dann auch den Recurved-Bogen holen. Hier hätten wir dann schon den Langbogen. Fass ist zum Waschen. Okay, das auch. Aber da gehe ich ja immer im Fluss schwimmen. Ja, hier die Sachen braun, aber wenn ich hier gucke, was man da alles braucht, kein Bock drauf eigentlich. Mir war ja wichtig, den Bogen zu bekommen. Gut, den Steinspeer, der ist anscheinend auch ein bisschen stärker. Hier steht jetzt nicht dabei, wie stark der ist, aber wahrscheinlich ist der Steinspeer ein bisschen stärker. Brauche aber auch das Leingarn. Nahrungsscheune, Mehl, Ton, Bewurf, Felschuppen, Hühnerstall. Das wäre natürlich richtig cool. Ja, Werkstatt haben wir hier. Genau, da müsste ich halt vielleicht mal die Schalen und sowas machen, damit ich dann in der Küche Sachen herstellen kann. Dann geht es in die Schmiede. Das wäre natürlich auch, aber ich denke, da werden euch auch noch hingeführt. Brauche später den ganzen Kram, sobald du Leute in deinem Dorf hast. Ja, später. Mensch. Tief durchatmen. Ja, Schmiede und dann die Näherei und hier kann man dann auch das Garn machen. Wobei, ist die Frage, wahrscheinlich brauche ich ja dann zum Beispiel sowieso, wenn ich dann hier später den Rückkaufbogen oder sowas haben möchte, brauche ich dann wahrscheinlich sowieso andere Sachen. Es juckt mich total, weiter zu spielen, aber wir müssen hier jetzt tatsächlich mal Ende machen. Es ist ja jetzt auch nur ein paar Minuten, wo ich am Streamen bin. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die zugeschaut haben. Ich schließe noch mal Danke auch für deine Tipps und wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Abend und so weiter und so fort. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich danke, ich bin gerade voll verwirrt. Oh Gott. Ja, kaum ist das Spiel aus, ist die Konzentration weg. Das ist fürchterlich. Gute Nacht, ihr auch Schmidi. Gut. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid. Ich schließe noch mal. Ich schließe noch mal. Vielen Dank.